Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 127 vom 25. Januar 2019 und an den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Ulf Burmeier, ich bin Jurist und mit mir zusammen. Ja, Philipp Hansel, ich bin Journalist und Podcaster, ja wie immer an dieser Stelle für unsere neuen Hörer und Hörerinnen, wir kehren die politischen Ereignisse der Woche zusammen, so sie uns denn interessieren und wir sie für relevant halten, Deutschland und der Welt und damit ihr keine Folge verpasst und auch alle Quellen nachlesen könnt, gibt es ein Newsletter, den findet ihr unter lagedernation.org-newsletter, diesen Link und alle anderen Links, auf die wir uns beziehen, die wir für wichtig halten, die wir für die Sendung verwenden, und die findet ihr ja in den Shownotes auf unserem Blog, in diesem Newsletter und eben in den Shownotes in eurem Podcast, Abspiel, Gerät und Software. So sieht es aus, also klickt euch rein, wenn ihr Lust habt in unsere Newsletter, jetzt aber kommen wir zu unserem ersten Thema und da schauen wir ins Ausland, genauer nach Venezuela, Philipp. So sieht es aus, da ist die Lage in dieser Woche doch erheblich eskaliert, in Venezuela gibt es eine massive Regierungskrise mit vielen Toten und einige befürchten sogar einen Bürgerkrieg, der ausbrechen könnte. Ich muss zunächst mal sagen, Venezuela ist ein Land im Norden Südamerikas, hat einen gewählten Präsidenten, aber der unter umstrittenen, das muss man dazu sagen, umstrittenen Bedingungen im Mai gewählt wurde. Viele werfen ihm da Manipulationen vor und halten die Wahlen für illegitim, aber diese Woche ist die Lage eskaliert, weil sich der Parlamentspräsident Juan Guaidó, 35 Jahre alt, vor tausenden Protestanten und Demonstrierenden selber zum Präsidenten ernannt hat und das ist natürlich ein Move, der birgt einiges Spannungspotenzial, wenn sich also in einer Demokratie, die so marode sie auch sein mag, aber noch eine Demokratie ist mit einem gewählten Präsidenten so umstritten und massiv manipuliert, wie die Wahl auch gewesen sein mag, eben doch einen gewählten Präsidenten hat, dann jemand kommt und sagt, übrigens der neue Präsident bin ich, dann kann das nicht ohne Reibereien abgehen. Das kann nicht ohne Reibereien abgehen, man muss dazu allerdings sagen, dass Juan Guaidó immerhin eben der Präsident des Parlaments ist, das wiederum der gewählte, wenn auch umstrittene Präsident Venezuelas quasi abgesetzt und entmachtet hat. Also das Parlament kaltgestellt, damit wäre es im Grunde zu einer Art Alleinregierung von Herrn Maduro gekommen und Juan Guaidó ist, wie gesagt, nicht als Präsident gewählt, aber verfügt schon grundsätzlich auch über eine gewisse demokratische Legitimation und wirft wiederum Herrn Maduro vor, dass er wiederum wegen dieser manipulierten Wahlen gar keine Legitimität hatte. Mit anderen Worten, beide haben bestimmte Argumente für sich, beide haben aber auch gute Argumente, um der jeweils anderen Seite vorzuwerfen, eigentlich keine legitime Regierungsgewalt auszuüben. Genau, also diese sehr umstrittene Wahl vom Mai und die jetzige Inauguration des Präsidenten, das ist sozusagen der eine Kristallisationspunkt, an dem sich jetzt diese Proteste und diese Selbstdeklamation festgemacht hatten, aber das Ganze, sagen wir mal, fußt natürlich auf einer extrem schwierigen wirtschaftlichen Lage. Genau, bevor wir da reingehen, vielleicht noch einmal ein Hinweis. Philipp hat doch vor einigen Wochen eine neue Funktion entdeckt, wie wir unsere Podcasts mit einem Zusatznutzen ausstatten können. In einem modernen Podcast-Player könnt ihr nämlich verschiedene Bilder zu der aktuellen Folge aufrufen, die auch immer quasi an der passenden Stelle eingeblendet werden. Und wenn ihr einen solchen Podcast-Player habt, dann sollte man jetzt zum Beispiel eine Karte von Südamerika und von Venezuela sehen können. Denn also ich gestehe, ich wusste natürlich so grob, wo das ist, aber eben nicht so ganz genau. Und wir hoffen, dass diese Bilder, wie in diesem Fall diese Karte von Venezuela, euch so ein bisschen dabei hilft. Genau, also werdet sehen, Venezuela liegt im Norden Südamerikas. Und das Faszinierende an Venezuela ist eigentlich, dass es mal eines der reichsten Länder Südamerikas war. Und das liegt vor allen Dingen an den riesigen Ölvorkommen, die bis heute dort sind. Und auch de facto bis heute leider die einzige Einnahmequelle mehr oder weniger des Landes sind. Und naja, wir haben also diesen Präsidenten Maduro, der sich als Sozialisten bezeichnet, aber letztlich ein Diktator ist. Er hat halt, wie gesagt, diese Wahlen gewonnen und hatte das Land aber übernommen. Das muss man so ein bisschen für den Hintergrund wissen von seinem, sagen wir mal, sozialistischen Vorgänger Hugo Chávez. Der hatte anfangs zumindest begonnen, diesen ganzen Reichtum, der aus diesem Öl kommt und der lange eigentlich nur einer kleinen Elite zugeflossen ist. Der hat angefangen, diesen Reichtum umzuverteilen, gerade auch als der Ölpreis hoch war, hat so eine Krankenversicherung für viele eingerichtet. Aber auch er hat am Ende seiner Amtszeit die Opposition unterdrückt und demokratische Institutionen ausgehöhlt. Und er ist da gestorben und hat dann quasi an seinen Vizepräsidenten Maduro mehr oder weniger das Amt übergeben. Und was Chávez halt nicht geschafft hat und was uns oder Venezuela und der Demokratie heute auf die Füße fällt, ist eben, dass er es nicht geschafft hat, Venezuela unabhängiger zu machen von diesem Öl und so eine eigene Produktions- und Bildungsgesellschaft eigentlich aufzubauen. Sondern nach wie vor ist Venezuela abhängig vom Öl. Und das ging so lange gut, bis 2014 halt dieser Ölpreis sank. So, da hatte dann Maduro schon das Amt übernommen und ab da ging es eigentlich massiv bergab. Das Land stürzt in Armut, die Kindersterblichkeit explodiert, die Inflation explodiert. Das heißt, die Leute haben eigentlich kein Geld mehr, sie kriegen ihr Geld und das ist in Nullkomman nichts, nichts mehr wert. Du kannst dir dafür nichts mehr kaufen. Armut explodiert, Leute, drei Millionen Leute sind geflohen. Und das ist ein zehn Prozent ungefähr der Bevölkerung. Also da ist wirklich der absolute soziale Notstand ausgebrochen. Ja, das ist ganz interessant zu sehen, weil Hugo Chavez und eben auch Maduro im Ansatz ja, wie soll ich sagen, durchaus soziale Ziele verfolgt haben. Die Idee war ja jedenfalls ursprünglich schon eben quasi Wohlstand für alle. Irgend so ein tendenziell sozialer Ansatz, aber es hat eben leider Gottes irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und gerade in den letzten Jahren muss man dann eben sagen, angesichts dieser Unzufriedenheit in der Bevölkerung hat Maduro es dann mit der Demokratie eben auch nicht mehr so ernst genommen. Ja genau, das Parlament entmachtet, hat Oppositionsführer ins Gefängnis gesteckt und das ist glaube ich so ein bisschen die Suppe, aus der sich diese sozialen Unruhen jetzt speisen. Also Aushöhlung der Demokratie, massive soziale und wirtschaftliche Probleme und jetzt also dieser offene Aufstand des Parlamentspräsidenten und interessant ist eben daran auch, wie sozusagen das international, die internationalen Reaktionen waren. Man könnte ja sagen, ja viele rufen erstmal zur Mäßigung auf und sagen, ja einigt euch mal, dass man nicht da Öl ins Feuer gießt, aber Tatsache ist, dass Trump der Erste war, der Juan Guaido sozusagen als neuen Präsidenten anerkannt hat bei Twitter. Und zwar binnen Minuten irgendwie. Also als sei das irgendwie fast abgesprochen gewesen, Maduro sei korrupt und nicht legitim und obwohl gewählt, aber eben nicht legitim und was sich auch interessant war, auch Heiko Maas, unser Außenminister, hat gesagt, ja man unterstütze doch, sagen wir mal, ich paraphrasiere etwas, aber Juan Guaido. Und auf der anderen Seite unterstützen eben China, Russland und Kuba vor allen Dingen Maduro, der sich immer noch als Sozialist eben bezeichnet. Und so deutet sich das ja schon sowas an, wie so ein neuer kalter Krieg. Das finde ich das Beunruhigende an der ganzen Situation. Dass also quasi spontan und nicht mal nach einem längeren Abwägungsprozess, sondern ganz spontan sich die Welt quasi wieder in zwei Lager aufteilt. Die eine Welt, die alle Hälfte der Welt, die eben zu Maduro hält, wenn auch die kleinere Hälfte, die größere Hälfte, die zu Juan Guaido hält, den sofort als neuen Präsidenten anerkennt. Offiziell im Namen der Demokratie, aber auf der anderen Seite ist nicht zu übersehen, dass er wohl auch einen wirtschaftspolitischen etwas anderen Kurs fahren würde. Also einen konservativeren, wenn nicht sogar möglicherweise einen rechtsnationalen Kurs. Gerade die Anerkennung durch Donald Trump ist insofern natürlich auch in gewisser Hinsicht ein vergiftetes Kompliment. Wenn der Donald sofort dafür ist, dann kann es immer sicher sein, dass da ganz bestimmte Werte zählen und andere vielleicht nicht so. Interessanterweise hat die Europäische Union bislang gar keine klare Haltung entwickelt, sondern sie haben im Wesentlichen dazu aufgefordert, dass Rechtsstaatlichkeit und Demokratie hochgehalten werden müssen. Das sind Werte, die jedenfalls offiziell wahrscheinlich beide Kontrahenten verfolgen. Ja, also ich finde, also die Frage ist ja, welche Haltung soll man da einnehmen? Ich finde es auch ganz schön. Das ist ja wirklich, wir haben es ja versucht zu beschreiben, extrem neblige Situation. Du hast zwar einen Präsidenten, der ist aber eigentlich mit ziemlicher Sicherheit nicht auf legitime Weise gewählt worden. Ja, und du hast einen vielleicht etwas demokratisch gesinnteren Parlamentspräsidenten, der aber nicht gewählt ist, sondern einfach sagt, ich bin Präsident und das geht irgendwie auch nicht. Das ist ein Problem, wobei man fairerweise vielleicht dazu sagen sollte, dass Guaido sich jetzt auch nicht als quasi dauerhaften Präsidenten selbst intronisieren wollte, sondern er hat, das war ganz interessant, eben als Sprecher, als Redner bei einer Demonstration so zu einem feierlichen Schwur angehoben und gesagt, also er schwöre vor Gott, dass er jetzt die Vollmachten der Exekutive quasi annimmt und ausüben wird, aber eben, wie du sagst Philipp, Stichwort als Übergangspräsident. Das heißt, er will offensichtlich, jedenfalls sagt er das, die Macht nicht auf Dauer selber ausüben, das wäre ja auch dann sehr undemokratisch, sondern er möchte wohl mittelfristig Neuwahlen ausbuchen. Jetzt ist ja durchaus, ich kenne die venezianische Verfassung nicht und ich habe das auch nirgendwo gelesen, aber es ist ja durchaus vorstellbar, dass dem Parlamentspräsidenten durchaus zugestanden werden könnte, so eine Art Tyrannenmord vorzunehmen im übertragenen Sinne. Ja, wenn der Präsident, sagen wir mal, sich undemokratisch verhält, dass dann dem, in manchen Staaten ja ersten Mann im Staat, dem Parlamentspräsidenten, gewisse Mächte zugesprochen werden, davon habe ich jetzt in allen Artikeln nichts gelesen. Ja, aber will man jetzt auch nicht völlig ausklammern, müsste man nochmal gucken. Tatsache ist nur, es ist sehr schwer, da Stellung zu beziehen. Uruguay und Mexiko, die haben, finde ich, das Richtige gemacht und gesagt, hey, wir wollen jetzt hier mal Gespräche anleiern und das Ganze mal moderieren. Ja, ja. Das ist also das ganz klassische autokratische Muster. Das Militär wird mit Geld und anderen Vorzügen quasi ruhig gestellt, damit die weiter die Regierung stützen und nicht so ganz genau hinschauen, wie es mit den verfassungsmäßigen Rechten so aussieht. Genau, und man muss auch wissen, dass Russland extrem investiert ist in dem Land, also die haben Milliardenkredite gegeben, die haben Milliardeninvestitionen dort getätigt und fürchten natürlich jetzt, wenn der Präsident wechselt, dass sie das Geld vielleicht nie wieder sehen, dass sie dort nicht weiter verdienen können, weil die Kredite häufig nicht in Dollar oder Euro abbezahlt werden, sondern eben in Öl. Ja, ja, USA waren auch lange große Abnehmer von Öl aus Venezuela, haben jetzt aber selber durch eigene Schiefergasölvorkommen viel Öl und nehmen da weniger ab. Also Russland ist da extrem investiert und sehr interessiert daran, dass Maduro da im Amt bleibt. Das wiederum treibt natürlich Trump auf die Palme. Insofern macht es das natürlich nicht einfacher, dass jetzt die großen Mächte dort in Venezuela sich gegenüberstehen. Ich finde Venezuela ist auch noch ein gutes Beispiel dafür, was Öl für ein Fluch sein kann. Also was erstmal, viele freuen sich dann ja, hurra, wir haben Ölvorkommen und jetzt geht es ab, aber es gibt ganz, ganz, ganz wenig Länder, die den Fluch des Öls überlebt haben, die damit umgegangen sind und deren Gesellschaften nicht komplett zerfallen sind, sondern die es geschafft haben, diesen Reichtum dieser Öl- und Gasvorkommen einigermaßen gleich zu verteilen. Katar? Weiß ich nicht, Katar, kenne ich mich nicht aus, also was ich von Katar höre, sind in erster Linie Menschenrechtsverletzungen. Ich weiß nicht, ist das eine Demokratie? Nein, ist keine Demokratie. Aber Norwegen würde mir da einfallen zum Beispiel, dass die es einigermaßen geschafft haben, mit der Kohle demokratisch umzugehen. Also, aber Venezuela ist ein sehr gutes Beispiel, wenn der Ölpreis hoch ist, dann sind alle möglichen sozialen Wohltaten drin und vielen geht es relativ gut, geht der Preis in den Keller, überlebt eigentlich nur eine kleine Elite. Und der Rest versinkt in Armut. Das ist eben einfach die Frage, wie man umgeht mit diesem sprudelnden Wohlstand, um mal im Bild zu bleiben. Setzt man diese Einnahmen aus dem Ölverkauf dafür ein, Infrastruktur zu schaffen und tatsächlich eine möglichst selbsttragende Wirtschaft aufzubauen? Oder verprasst man dieses Geld durch irgendwelche konsumtiven Ausgaben, die eben dann keine nachhaltigen Werte schaffen? Das ist, glaube ich, die ganz zentrale Frage. Und da ist Venezuela vermutlich ein Beispiel dafür, wie man es eher nicht machen sollte. Und du sagst ja völlig zu Recht, Philipp, das geht für viele Staaten. Was mir noch wichtig wäre an dem Ganzen, ist nochmal darauf hinzuweisen, welche Bedeutung einfach die Rechtsstaatlichkeit hat. Und Rechtsstaatlichkeit bedeutet eben nicht nur, dass man sowas wie eine Verfassung hat und dass man möglicherweise auch für die Einhaltung der Verfassung kämpft, sondern dazu gehört eben auch eine funktionierende Verfassungsgerichtsbarkeit. Du hast eben so schön dieses Schlagwort vom Tyrannenmord ins Spiel gebracht. Aber dieser Tyrannenmord ist ja im Grunde nur so eine Art absolute Ultima Ratio. Eigentlich würde man ja erwarten, wenn es eine Präsidentschaftswahl gibt, die umstritten ist, dass es sowas gibt wie Wahlprüfungsverfahren. Dass also mit gerichtlichen Verfahren diese Wahl auf ihre Legitimität, auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft werden kann. Und dass sich, und das ist natürlich der zweite ganz wesentliche Aspekt, dann hinterher auch alle daran halten, was die Gerichte entscheiden. Das heißt also, die Existenz, aber auch die Akzeptanz einer funktionierenden Gerichtsbarkeit sind eben ganz wesentliche Elemente. Und auch daran scheint es ja Venezuela zu fehlen. Jedenfalls habe ich jetzt mal so ein bisschen recherchiert und keine Diskussion gefunden zum Beispiel darüber, dass ein Verfassungsgericht da jetzt eine Entscheidung getroffen hätte zu diesen Wahlen, die dann auch akzeptiert würde. Sowas gibt es eben anscheinend in Venezuela nicht. Und das ist ja schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr besorgniserregend. Klar, wenn dann jemand, der demokratisch vielleicht besser legitimiert ist, quasi das Heft des Handels in die Hand nimmt, d'accord. Ja, wenn er das dann tatsächlich tut, um quasi wieder verfassungsmäßige Zustände herzustellen. Aber ich persönlich würde immer noch denken, dass justizförmige Verfahren da noch eigentlich vorzugswürdig sind. Ja, und vielleicht zu dem Wort kalter Krieg, das wird vielleicht einigen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen auch nichts mehr sagen. Aber das war halt diese Situation, wo sich die beiden Mächte, UdSSR damals und USA gegenüberstanden und so auf der ganzen Welt Stellverträgerkriege geführt haben. Ja, wo dann in vermeintlich kleinen, unbedeutenden Ländern wie Afghanistan oder Vietnam sich zwei verfeindete Parteien gegenüberstanden. Und weil die jeweils andere Macht, USA oder Sowjetunion fürchtete, dass die jeweils andere Macht dort, sagen wir mal, eine freundliche Regierung installiert, haben sich die jeweiligen Mächte auf eine der beiden Seiten geschlagen und haben dort Geld reingepumpt und Waffen reingepumpt, sodass diese Konflikte über Jahre hinaus komplett eskaliert sind. Und das steht bei sowas natürlich zu befürchten. Wir haben sowas ähnliches in Syrien mittlerweile schon, wo sich die USA jetzt aber wieder rausziehen wollen. China kommt jetzt noch mit dazu. Also das verkompliziert die ganze Sache. Und die Angst, die auch dahinter steckt, ist, dass solche Konflikte auch immer so ein bisschen infektiösen Charakter haben. Also wenn ein Land in der Region womöglich im Bürgerkrieg versinkt, dann geht das an den anderen nicht spurlos vorüber. Weil es gibt Flüchtlinge, es gibt Waffenlieferungen etc. pp., die durch die Nachbarländer gehen und dort auch Schaden anregen. Das ist genau das Problem, ja. Also wie das Ganze endet, ist völlig offen. Man muss jetzt sehen, wie gesagt, Mexiko und Uruguay wollen da verhandeln. USA sind, glaube ich, als Verhandler jetzt daraus. Vielleicht kann die EU da auch noch eine Rolle spielen, obwohl die traditionell, glaube ich, in Südamerika nicht so wahnsinnig viel zu sagen haben. Da sind Mexiko und Uruguay. Ja, Spanien. Spanien, genau. Es gibt eine große spanische Minderheit in Venezuela. Es gibt auch inzwischen eine relativ große venezuelanische Exil-Community in Spanien. Das heißt, da gibt es schon durch die Sprache und den Kulturkreis verbunden sehr intensive Kontakte. Ich habe aber bislang auch nicht besonders viel davon mitbekommen, dass Spanien groß interveniert hat. Also da heißt es einfach Daumen drücken, dass die Konfliktparteien vielleicht unter Vermittlung auch von Nachbarstaaten da zu einem friedlichen Übergang finden und zu einem Weg wieder zu verfassungsmäßigen Verhältnissen. Wir haben Montag alle ganz interessant interessiert im Livestream. Ich zumindest beobachtet, wie Theresa May in London ihren Plan B vorstellt. Genau. Und gewartet. Und gewartet. Und gewartet. Und sehr viel gewartet. Und manche haben es sogar im Livestream verfolgt. Ich jetzt nicht, Philipp. Da hast du Livestream? Ja, ich habe ein bisschen zugeguckt. Wir haben ja in der vergangenen Folge schon große Skepsis anklingen lassen, was denn da jetzt von Theresa May kommen mag. Und Philipp, kam irgendwas Spannendes? Es kam nichts. Sie hat im Prinzip nur gesagt, was sie nicht will. Sie will keinen harten Brexit. Sie will weiter verhandeln und gucken. Aber ein Plan, wie denn der harte Brexit am 29. März verhindert werden soll, den hat sie nicht geliefert. Schlicht und ergreifen nicht. Punkt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich weiß nicht. Können wir da noch zu mehr sagen, ohne uns jetzt dauernd zu wiederholen? Nein, ich denke auch, also zum Thema Brexit können wir im Prinzip auf die vergangenen zwei, drei Folgen verweisen, wo wir das ja ganz ausführlich diskutiert haben. Ich glaube, man kann einfach konstatieren, Theresa May hat keine Ahnung, wie so ein Brexit-Deal noch zustande kommen soll. Damit tickt die Uhr für den Brexit ohne Deal, den unkontrollierten, unabgebremsten und letztlich dann eben auch nicht mit irgendwelchen milderen Maßnahmen versehenen Brexit. Theresa May weiß nur, sie raus aber schnell aus der EU. Sonst denken die Leute, wir würden den Willen des Volkes nicht umsetzen, das ist ihre große Sorge, deswegen wendet sie sich auch immer gegen neue Abstimmungen. Und da muss man aber sagen, das ist ein sicherer Weg hin zum No-Deal-Brexit, den eigentlich keiner will, für den es insbesondere auch keine Mehrheit im Parlament gibt. Also das kann man wirklich nur mit völligem politischen Führungsversagen erklären. Ich würde es immer trauriger machen. Was mich auch am meisten verwirrt, ist immer, wenn die Oppositionellen gefragt werden, ja, was ist denn euer Plan, was ist denn eure Forderung? Ja, und Labour sagt dann, May müsse versprechen, dass es keinen No-Deal-Brexit gibt, dass es keinen Hartmann-Brexit gibt. Genau, versprechen. Wie soll das denn gehen? Also man muss dann irgendwie dann sagen, pass auf, wir müssen erstens das machen, zweitens das machen und drittens das machen und dann gibt es irgendwie einen Brexit, den anders aussieht als ein harter Fall aus der EU. Also das kann man sich alles nicht so richtig vorstellen. Ich finde auch in der Tat, wie gesagt, Führungsversagen bei Theresa May, aber das Führungsversagen mindestens ebenso beim Labour-Chef Jeremy Corbyn, wie gesagt, diese Idee mit dem Versprechen hat mich einfach nur noch irritiert. Denn das, ich meine, wir sind doch jetzt nicht unter Teenagern auf dem Schulhof, wo man sich irgendwas verspricht, sondern hier geht es um Politik, hier muss man klare Vorschläge machen. Und das Problem für Corbyn ist halt einfach, er eiert seit Beginn der Brexit-Debatte total herum und das wiederum nicht daran, dass er innerlich völlig gespalten ist. Als relativ intelligenter Politiker weiß er natürlich eigentlich, dass ein Brexit Gift ist, also insbesondere ein Brexit ohne Deal. Auf der anderen Seite aber sieht er traditionell die EU als ein neoliberales Projekt, das dem kleinen Mann quasi schadet und Labour ist ja irgendwie die sozialdemokratische Partei in Großbritannien. Und gerade an der Basis von Labour gibt es eben auch viele Brexiteers, also ganz viele Menschen, die mehr oder weniger plausibel davon ausgehen, dass die EU an vielem schuld ist, weswegen es ihnen schlecht geht. In Wirklichkeit ist es im Prinzip vor allem die extrem neoliberale Politik von Margaret Thatcher in den 80er und 90er Jahren, die in Anführungsstrichen den kleinen Leuten in England das Leben massiv verschlechtert hat. Ganz viel abbaubar Infrastruktur und so, aber wie gesagt, viele haben diese Fehler eben nicht bei den Tories angesiedelt, sondern bei der EU und deswegen ist die EU unbeliebt, gerade bei vielen Leuten an der Labour-Basis und das führt dazu, dass Jeremy Corbyn völlig hin und her eiert. Keine klare Position beziehen kann, wir haben das ja schon gesagt, cancel den Austritt, da glaube ich aber, da müsste auch das Parlament zustimmen, das kann nicht, weil die haben ja ein Gesetz erlassen eigentlich, das diesen Austritt nach Artikel 50 besiegelt hat. Ja, das ist ganz interessant, das habe ich mir noch ein bisschen näher angeschaut die Woche, also die Lage ist extrem unübersichtlich, aus Sicht der EU ist das eine Frage des nationalen Rechts, also der EU-Vertrag regelt nicht, wer national quasi befugt ist, den Artikel 50 zurückzunehmen, auch der Europäische Gerichtshof, der ja vor einigen Monaten entschieden hat, dass ein austrittswilliges Land das auch wieder zurücknehmen kann, einseitig, hat gesagt, das entscheidet das nationale Recht. Wie sie das machen, muss das nationale Recht klären, so und wie das nationale Recht in Großbritannien und Nordirland das sieht, ist eben nicht so ganz klar, man könnte denken, die Regierung, das wäre ein Ansatz, die Regierung will aber nicht, das Parlament ganz alleine kann es wohl im Prinzip auch nicht, aber jetzt gibt es quasi eine Hintertür und zwar kann das Parlament sich an der Regierung vorbei, an die Queen wenden und die Queen quasi auffordern, die Regierung wiederum anzuweisen, dass sie Artikel 50 canceln soll. Also das wäre, das wäre die erste, das wäre das erste sinnvolle Argument für die Existenz der Queen, was ich je gehört habe. Ja, wobei sie da selber auch keine aktive Rolle spielt, das ist halt einfach nur so eine, ich habe leider den englischen Fachbegriff jetzt vergessen, es ist so eine Art Resolution, die formal an die Queen gerichtet ist, wenn die aber zustande kommt, dann verpflichtet sie die Regierung unmittelbar etwas zu tun. Die Konstruktion dabei ist, dass die Regierung, obwohl sie ja vom Parlament gestützt wird in Großbritannien, formal die Regierung ihrer Majestät ist, also deswegen wird es formal an die Queen gerichtet, ist aber jetzt nicht so, dass dann die Queen quasi einen Brief nach Brüssel schreibt, sondern das würde dann de facto Theresa May dazu verpflichten, in Brüssel irgendwas zu notifizieren, was sie eigentlich ja eben gerade nicht will. Das ist glaube ich jetzt momentan der Weg. Ich hoffe sehr, in Westminster findet sich eine Mehrheit für eine solche Resolution, die dann wiederum Theresa May zwingt, erstmal Artikel 50 zu canceln, um den unkontrollierten Brexit mit all seinen dramatischen Folgen abzuwenden. Und dann könnte man in aller Seelenruhe darüber nachdenken. Ich möchte noch auf ein Argument eingehen, das auch bei uns in den Kommentaren immer wieder vorgebracht wurde, nämlich, dass dieser Weg, den wir skizziert haben in den vergangenen Folgen, Artikel 50 canceln, dann in Ruhe nachdenken, gegebenenfalls Deal aushandeln und denen zur Abstimmung stellen, dass dieser Weg nicht funktioniere. Da wird dann darauf hingewiesen, dass es dann natürlich kein Verhandlungsmandat mehr gäbe für die EU. Das ist auf den ersten Blick natürlich richtig. Also erst der Artikel 50 Prozess führt quasi dazu, dass es formal Verhandlungen geben muss über ein Austrittsabkommen. Aber auf der anderen Seite bei einer politischen Betrachtung hindert natürlich nichts, die EU-Kommission mit der britischen Regierung zu verhandeln. Denn ich meine, dieses Volksvotum aus dem Jahr 2016 steht ja nun mal im Raum. Damit muss man irgendwie umgehen. Und deswegen kann es, also wie gesagt, kann ich mir politisch nicht vorstellen, dass die EU-Kommission sich Verhandlungen verweigert. Worüber sollen wir reden? Genau. War da was? War da was? Das würde sie nicht sagen. Das kann niemand in Brüssel ernsthaft vertreten. Natürlich kann man jetzt nicht mit allen anderen EU-Staaten ständig irgendwelche Austrittsgespräche führen. Deswegen, ich sehe die Gefahr von Präzedenzfällen. Das ist eine sehr ungünstige Situation. Aber wenn man die Perspektive hat, ja, dann einen wie auch immer gearteten Austrittsdeal wiederum mit einem Referendum immer zu einer endgültigen Klärung zu führen, denke ich, wird in Brüssel niemand sagen, nö, wir reden nicht mit euch. Ihr müsst erst wieder Artikel 50 machen. Dann geht der ganze Zirkus von vorne los. Wir hatten das ja in der letzten Lage, glaube ich, ganz kurz schon angerissen, dass es im Bundesverkehrsministerium eine Forschungsgruppe oder mehrere Forschungsgruppen gibt, von der sich eine, sagen wir mal, getraut hat, doch recht revolutionäre Ideen aufzuschreiben, wie man den CO2-Ausstoß des deutschen Verkehrs, genauer des deutschen Autoverkehrs in den Griff bekommen könnte. Ich habe das, wie gesagt, letzte Lage nur so angerissen, weil es eben nur eine Arbeitsgruppe ist und wer weiß, was daraus wird. Nun ist das Ganze also ziemlich explodiert, weil Verkehrsminister Andreas Scheuer gesagt hat, das geht ja alles gar nicht. Speziell der Vorschlag zum Tempolimit auf 130 auf deutschen Autobahnen. Ich weiß nicht, Bild-Zeitung hat da sinngemäß gesagt, das geht irgendwie, das ist irgendwie, das geht gegen den gesunden Menschenverstand oder irgendwie sowas. Das hat Andreas Scheuer wohl gesagt, unser Verkehrsminister und diese doch, wie soll ich sagen, recht zugespitzte Formulierung hat ganz sicher auch dazu beigetragen, dass wir in den letzten Tagen eine heiße politische Diskussion um ein Tempolimit, insbesondere auf Autobahnen bekommen haben. Kleiner Erinnerung, wir haben in Deutschland zwar viele Tempolimits, innerorts gilt 50, in Wohngebieten meist Tempo 30, auf Landstraßen gilt grundsätzlich mal Tempo 100, wobei auf vielen Strecken, gerade wenn es häufiger kracht, auch Tempo 70 gilt, in Brandenburg auf Alleen häufig Tempo 80 und so. Auf Autobahnen hingegen gibt es im Prinzip kein Limit, es gibt eine Richtgeschwindigkeit, Tempo 130, was bedeutet, wenn es knallt, kann das dann quasi haftungsrechtlich zu einer Teilschuld führen, wenn man deutlich schneller fährt als 130. Aber wie gesagt, es gibt kein Tempolimit, man kann normalerweise nicht geblitzt werden. Und nun ist die Frage, sollte man ein solches Tempolimit nicht einführen, das sonst praktisch überall auf der Welt gilt? Und dazu haben wir uns jetzt erstmal gefragt, Stichwort Lage, wir kramen die Fakten zusammen, was würde so ein Tempolimit eigentlich bringen? Also es gibt ja mehrere Aspekte, die von so einem Tempolimit tangiert werden. Das eine ist Verkehrssicherheit, also Autobahnen, sagen wir mal, sind bezogen auf die gefahrenen Kilometer die sichersten Straßen. Heute schon, muss man sagen. Trotzdem sind sie extrem gefährlich. 2017 starben 409 Menschen auf deutschen Autobahnen, 181, also die Hälfte, hatten laut Statistischem Bundesamt einen Geschwindigkeitsunfall erlitten, wie es da heißt, sind also viel zu schnell gefahren. Also die Hälfte. Oder jemand anderes fuhr viel zu schnell und brachte sie um. Brachte sie um. Also die Hälfte ungefähr dieser Unfälle wurde durch zu hohe Geschwindigkeit zumindest mit verursacht. Genau und dazu finden sich auf Twitter ganz interessante Diskussionen mit Notärzten, die plastisch davon berichten, wie es eigentlich aussieht, wenn ein Mensch mit Tempo 150 mit seinem Auto vor einen Brückenfall errauscht. Ich erspare euch jetzt mal die plastische. Und das Foto blenden wir auch nicht ein im Kapitel. Nee, das blenden wir nicht ein, aber das sind Diskussionen, die muss man sich mal ansehen. Ich kann das ehrlich gesagt sehr gut nachempfinden. Ich war ja Zivi im Rettungsdienst im Landkreis Osnabrück. Ich habe also selber den einen oder anderen Motorradfahrer aufgefegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, also Geschwindigkeit ist einfach tödlich. Aber das ist, glaube ich, auch mit Blick auf andere Länder, in denen ja auch schon das Tempolimit gilt, Schweden und so, glaube ich, mittlerweile erwiesen, dass ein Tempolimit zu weniger Toten und mehr Sicherheit führt. Das ist ehrlich gesagt so banal, da braucht man fast keine Statistik mehr dafür. Das ist, also man muss sagen, es ist so ein bisschen umstritten, wie viel mehr Sicherheit es eben einfach bringt, weil die Autobahnen ohnehin schon relativ sicher sind. Aber gerade die Extremgeschwindigkeiten, ja, Tempo 200, Tempo 250, was ja bizarrerweise viele Autos noch schaffen heutzutage, sind einfach quasi die Lizenz zum Töten. Das kann man nicht anders sagen, wenn da irgendjemand mit, keine Ahnung, wenn ich da mit meinem alten, ich habe ja ein uraltes Auto, damit das ich nur einmal im Monat bewege. Aber wenn ich damit mich mal auf die Autobahn traue und dann kommt da so ein Mercedes von hinten angerauscht, dann hat der halt einfach im Zweifel Tempo 100 vor die Wand. Ja, wenn ich mit 100 fahre, er mit 200, ist die Geschwindigkeitsdifferenz 100 unfassbar gefährlich. Und da hat auch keiner Kontrolle über die Autos, das kann mir auch keiner erzählen. Also das, denke ich, das ist ein triftiges Argument. Es würde die Sicherheit vor allen Dingen auch derer erhöhen, die überhaupt ganz langsam und normal fahren. Das geht ja gar nicht nur um die Leute, die so schnell fahren, wo man sagt, naja, ist halt ja ein eigenes Ding. Ja, sondern es geht ja auch um die Gefährdung Unbeteiligter. Ja, Stichwort Stauende zum Beispiel. Ganz beliebtes und ehrlich gesagt finde ich wirklich Horrorszenario auf der Autobahn. Irgendwie es kommt zum Stau, du stehst am Stauende. Kurve. Genau, und jetzt mal etwas polemisch formuliert, der Manager in seinem fetten Mercedes kommt angeflogen und sieht das zu spät und schiebt die letzten drei Autos zusammen. Kommt immer wieder vor. Auch dazu schöne O-Töne von den Notärzten auf Twitter. Wir ersparen euch das. Aber genau, das gehört eben bei der Sicherheitsdiskussion dazu. Die Leute gefährden nicht nur sich selbst, wenn sie so schnell fahren mit ihren anderthalb Tonnen Autos, sondern sie gefährden vor allem auch andere. So, und jetzt kommt das zweite Argument, was natürlich hier in diesem Zusammenhang etwas triftiger ist, hilft es beim Klimaschutz. Da muss man sagen, der Luftwiderstand steigt im Quadrat der Geschwindigkeit. Tempo 100 ist gegenüber Tempo 50 doppelt so schnell. Man braucht aber theoretisch viermal so viel Sprit. Nun muss man allerdings sagen, spart man auf der Autobahn auch wiederum Sprit gegenüber dem Stadtverkehr, wo man ja typischerweise 50 fährt, weil man nicht immer bremsen und wieder Gas geben muss. Also Autobahnen, obwohl man doch eben deutlich schneller fährt als auf anderen Straßen, sind jetzt nicht grundsätzlich quasi Spritschluckerbahnen. Das kann man nicht sagen, weil der Verkehr eben relativ gleichmäßig fließt. Insbesondere Tempo 120 ist wohl ein sehr sparsames Tempo, sagen auch die Grünen zum Beispiel. Und sagt auch das Umweltbundesamt, das ist gerade für moderne Motoren ideal, darauf sind die irgendwie optimiert. Wenn man also, so das Umweltbundesamt Tempo 120 insgesamt vorschreiben würde auf deutschen Autobahnen, dann kommen die auf ein Einsparpotenzial beim Sprit alleine von 3,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid bezogen auf das Jahr 2020. Das ist natürlich eine Zahl, mit der man jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Toni Hofreiter von den Grünen schätzt, dass das etwa so viel ist, wie ein mittelgroßes Kohlekraftwerk verbraucht oder imitiert. Also doch ganz schön erheblich. Allerdings insgesamt muss man dazu wiederum sagen, relativiert sich das dann wieder, denn es sind nur einige wenige Prozent Einsparung der Emissionen aus dem Verkehrsbereich insgesamt. Stop and Go Verkehr in Städten verbraucht eben auch enorm viel CO2. Das muss man schon fairerweise sagen, also die Gesamtemissionen aus dem Verkehrsbereich würden nur um einige Prozent sinken. Und das heißt also der Gesamtverbrauch an CO2 in Deutschland vielleicht nur um einstellige Prozent, ein, zwei Prozent oder so durch ein Tempolimit. Und das wäre also nur ein geringer Effekt. Das muss man sehen, wenn man unmittelbar nur den Spritverbrauch einrechnet. Allerdings verweisen Verkehrsexperten noch auf den Effekt des Downsizing. Wir haben ja schon öfter darauf hingewiesen, dass der CO2-Ausstoß des Verkehrs in Deutschland in den letzten Jahren nicht etwa gesunken ist, was wir uns wünschen würden. Stichwort Klimawandel, sondern wir erleben einen Mehrausstoß von CO2 von sechs Prozent seit 2010. Und das ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass es immer mehr Autos gibt. Die fahren immer länger, also länger höhere Fahrleistung und sie sind mit immer stärkeren Motoren ausgestattet, weil sie auch immer schwerer sind. Und da sagen Verkehrsexperten, dass ein Tempolimit helfen könnte, diesen Trend zu immer schwereren Autos mit immer stärkeren Motoren umzukehren. Wenn man ohnehin nicht so schnell fahren kann, braucht man vielleicht auch nicht ganz so fette Autos. Und physikalisch betrachtet 100 Kilo leichter hilft über den Daumen gepeilt ein Liter Sprit auf 100 Kilometer zu sparen. Jetzt ist es ja eine extrem aufgepeitschte Diskussion, die ja jetzt auch nicht zum ersten Mal auftaucht, sondern ich erinnere mich an den 80er Jahren. Das sind ja immer wieder Diskussionen, die wir seit vielen, vielen Jahrzehnten immer mal wieder erleben unter unterschiedlichen Vorzeichen. Dabei wird dann manchmal, finde ich, übersehen, dass das positive Effekte für die Verkehrssicherheit hat, positive, wenn auch nicht revolutionäre Effekte für den Klimawandel. Aber dass es eben auch nicht so unendlich viele Straßen mehr betrifft. Ja, es betrifft eh nur Autobahnen. Davon gibt es rund 13.000 Kilometer. Die Hälfte davon nur, nur die Hälfte, also 6.000 irgendwas quietscht, ist ohne Limit. Ein Drittel hat ein dauerhaftes Limit. Heute schon. Ein Drittel hat eine Dauer und 2.000 hat ein situatives Limit. Also je nach Tageszeit, Wetter oder sowas, haben die dann eben auch ein Limit. Und dann, das fand ich eine ganz interessante Zahl, gibt es dauerhaft rund 1.500 Kilometer Baustellen auf deutschen Autobahnen, wo ja normalerweise Tempo 60 oder Tempo 80 gilt. Das finde ich enorm viel. 13.000 Kilometer, fast mehr als 10 Prozent davon sind ständig Baustelle. Hätte ich nie gedacht, dass es so viel ist. So, das heißt also, es geht ungefähr um die Hälfte der deutschen Autobahnen, auf denen ein Tempolimit von 130 eingeführt werden soll. Ich finde, wirkliche Argumente gegen ein Tempolimit, und du hast echt geguckt. Ich habe jetzt wirklich lange gesucht, ich habe insbesondere auch Seiten von Tempolimit-Gegnern, wo so Kampagnen gefahren werden, mir angeguckt. Das ist total interessant. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Seiten schon, die sich gegen ein Tempolimit im Netz wehren. Da gibt es irgendwelche Autovereine, quasi Konkurrenzvereine zum ADAC. Also ich bin übrigens gegen ein Tempolimit im Netz. Ich bin für mehr Tempolimit im Netz. Ich bin auch für mehr Tempolimit im Netz. Aber ich bin mir nicht so sicher, was ich zu nahe war. Also Tempolimit, die wehren sich im Netz gegen ein Tempolimit. Sehr schön. Genau, und auf diesen Seiten werden dann natürlich alle Argumente zusammengetragen, die man irgendwie finden kann. Das Interessante dabei ist, die wenden sich vor allem gegen die Argumente, die für ein Limit sprechen können. Das heißt, die versuchen die Argumente für ein Limit zu entkräften. Also Verkehrssicherheit und Klima. Genau, das sind, und da gibt es noch ein paar andere Argumente, die werden, was wir auch gerade gesagt haben, geht ja um ein paar Kilometer und so. Das sind doch nur so und so viel Prozent der Toten insgesamt. Also die versuchen die Argumente für das Limit zu entkräften und zu sagen, so schlagkräftig sind die alle nicht. Was man aber kaum findet, und das fand ich sehr interessant, sind echte Argumente für freie Fahrt. Ja, also quasi Argumente, die nicht gegen ein Pro-Argument sind, sondern Argumente, die direkt dafür sprechen, zu sagen, auf Autobahnen sollte man so schnell fahren können, wie man will. Und das einzige Argument, das ich gefunden habe, das mir so halbwegs plausibel erschien, war, dass es ein Werbeeffekt für die deutsche Autoindustrie ist. Frei nach dem Motto, schnelle Autos sind quasi besonders gut zu verkaufen, wenn sie aus Deutschland stammen, weil ja in Deutschland kein Tempolimit gilt. Und die Menschen deswegen denken, mit diesen schnellen Autos, die auf deutschen Autobahnen getestet sind, macht das Fahren besonders viel Spaß. Ich frage mich nur, wie plausibel ist das Argument, wenn du das Auto in ein Land verkaufst, wo ein Tempolimit gilt? Autobahn approved. Autobahn approved. Ernsthaft, das ist das Argument, das ist das einzige Argument, was sich originär pro freie Fahrt richtet. Aber gibt es da nicht dieses freie Fahrt für freie Bürger? Also dieses Argument, das ist Inbegriff der Freiheit und alles, was um mein Tempo beschränkt, limitiert mich in meiner individuellen persönlichen Freiheit. Aber da würde ich immer sagen, da sind die anderen Güter, die dem entgegenstehen, Klimaschutz, Verkehrssicherheit, Unbeteiligter, die würde ich sagen, legitimieren durchaus diese Freiheit einzuschränken. Tja, also Andreas Scheuer, unser Verkehrsminister, sieht das völlig anders, O-Tonen, wir wollen die Bürger von den Chancen der Mobilität der Zukunft begeistern und, da fehlt wahrscheinlich ein Sie, mitreißen. Forderungen, die Zorn, Verärgerung, Belastung auslösen oder unseren Wohlstand gefährden werden nicht Realität und lehne ich ab. Da muss man sagen, dass Deutschland ja gespalten ist, es gibt den ARD-Deutschland-Trend, ungefähr 50-50, pro und contra, verteilt sich relativ klar auf die Parteien, also pro Tempolimit sind Grüne, Linke, Sozialdemokraten, contra AfD, FDP und Teil der Union. Ja, ich glaube, das zeigt Philipp, dass es sich hier, glaube ich, im Kern um eine kulturelle Diskussion handelt, denn ich meine, nur sehr, sehr, sehr wenige Leute fahren regelmäßig deutlich schneller als 130, die meisten Leute haben gar nicht dazu die Gelegenheit, weil sie eben nicht so lange Strecken über die Autobahn fahren, natürlich will ich nicht in Abrede stellen, es gibt sicherlich Menschen, wir haben auch unter den Lagehörern einige, das wissen wir ja, auch von den Lagebildern zum Beispiel, die einfach viel auf der Autobahn unterwegs sind und da würde mich auch zum Beispiel wirklich mal deren Einschätzung so quasi von den Praktikern von der Autobahn interessieren. Bringt euch das wirklich was? Kommt ihr schneller ans Ziel, wenn ihr 150 fahren könnt oder 180 statt dann noch 130 und mal ganz ehrlich, man fährt dann ja eher 140 bis 150, jedenfalls die meisten Leute, also bringt euch das wirklich was? Ist das für euch eine gravierende Einschränkung? Bedeutet das zum Beispiel, dass ihr einfach eine halbe Stunde länger unterwegs seid zum Kunden? Würde mich wirklich interessieren, ob das relevant ist aus der Sicht der Praktiker, aber ich glaube es sind nicht so wahnsinnig viele Leute, die das tatsächlich beeinträchtigen würde und sonst könnte man ja auch mal erstmal über ein Tempolimit 150 reden. Man könnte ja sagen, wir kappen wenigstens die Extremgeschwindigkeiten, die einfach zu extremen Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer führen, das bringt dann für die Umwelt nicht mehr so wahnsinnig viel, wenn man ehrlich ist, dann hat man nur noch das Sicherheitsargument, aber immerhin das. Das fände ich wäre, also der absolute Minimalkompromiss zu sagen, wir kappen die echte Raserei auf der Autobahn, aber mein persönlicher Eindruck ist, es geht hier letztlich, Stichwort kulturelle Diskussion um ein Prinzip oder eine Prinzipfrage, nicht noch mehr Einschränkungen für die Umwelt hinnehmen zu wollen. Also wir trennen heute unseren Müll, haben wir gelernt in den 80ern verschiedene Mülltonnen, wir kaufen hoffentlich Biofleisch, aber jetzt reicht es einfach auch mal, habe ich so das Gefühl, die Leute wollen einfach nicht noch mehr und da steht letztlich dahinter, ich will Spaß und ich will frei sein. Und ich glaube, also strategisch würde ich sagen, ich frage mich, ist es jetzt wert, politisch dafür zu kämpfen, das ist eine Diskussion, die wir wie gesagt schon, ich weiß nicht, ungezählte Male hatten, bisher ist es nicht durchgekommen, jedenfalls nicht deutschlandweit, autobahnweit. In diesen Papieren, in diesen Vorschlägen geht es ja letztlich darum, wie können wir den CO2-Ausstoß des Verkehrs, speziell der Autos, mindern. Und da finde ich es, überlege ich mir, ist es strategisch klug, sich in diese Diskussion verwickeln zu lassen, ja, Tempo mit, sagen wir mal, schonen Klimaeffekt, aber nicht revolutionär, oder ist es da vielleicht nicht besser, diese anderen Sachen zu verfolgen, die auch in diesen Papieren drin standen, ja, also höhere Steuern, Gleichbewertung von, steuerlich Gleichbewertung von Diesel und Benzin, höhere Steuern für Diesel und Benzin, damit halt, sagen wir mal, eine Quote finanzieren bei den Elektroautos. Denn was dir ja auch, was dir auffällt ist, wer sich da in dieser ganzen Diskussion bisher kaum geäußert hat, ist die Autoindustrie, weil die nämlich, glaube ich. Ja, VDR sponsert immer wieder Studien, der Verband der Automobilindustrie. Ja, bei dem, genau, aber zu diesen anderen Fragen, Elektroautoquote, auch noch in dem Papierstand und so, weil ich nämlich natürlich, ich glaube nämlich schon, dass die mittlerweile auch den Schuss gehört haben und glaube ich, auch wenn zum Beispiel Benzin und Diesel teurer werden sollten, durchaus dankbar wären, wenn es einen Push zu ihren neuen Elektroautos gibt. Also, dass das sozusagen, wenn konventionelle Autos teurer werden, dass es einfach für sie attraktiver wird, ihre Sachen auch an Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen, ihre neu entwickelten, hoffentlich bald entwickelten Elektroautos. Also, da glaube ich, strategisch ist es klug, sich nicht zu sehr in dieser Tempo 130 Sache zu verheddeln, sondern auf die anderen zu gucken. Ja, also ich denke auch, was den Klimaschutz angeht, Philipp, hast du völlig recht. Ich würde aber trotzdem nochmal darüber nachdenken, ob es nicht, wie gesagt, um diese 180 Toten, weißt du, die auf den Grasen weist. Du, vernunftmäßig, ich meine, das haben wir ja, das haben wir hier gezeigt. 180 Toten ist noch eine Menge. Wenn die Vernunft regieren würde, dann wären wir bei 130, aber wir haben Andreas Scheuer. Ja gut, aber, also ich glaube ja, ehrlich gesagt, auch, weißt du, dass Andreas Scheuer natürlich intelligenter ist, als wir ihn jetzt darstellen. Der weiß natürlich ganz genau, dass das sinnvoll wäre, aber er weiß auch, was seine Wähler wollen. Aber das ist zynisch. Das ist zynisch, aber das ist Politik. Der will halt wiedergewählt werden. Der will halt, und das ist im Zweifel für die CSU eben zentral, dass sie das fordert, weil sie sich, ich meine, die sind ja nicht blöd, die werden auch Umfragen machen. Ja, aber hatten wir nicht hier in der Lage darüber geredet, dass die CSU jetzt wahnsinnig sich neu ist. Ja, jetzt hatten wir ja vor ein, zwei Folgen erst. Bin mal gespannt. Aber der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist, mir wäre das jedenfalls wichtig, mal über diese 180 Toten nachzudenken, die man mit dem Tempolimit 150 oder 130 eben tatsächlich jedenfalls fast alle wahrscheinlich verhindern könnte. Denn das sind ja allein die Geschwindigkeitsunfälle. Das sind also die Fälle, wo jemand exzessiv zu schnell gefahren ist. Und wenn man sich das mal überlegt, 180 Tote, ja, welche innenpolitische Diskussion haben wir wegen einem Dutzend Menschen, die auf dem Breitscheidplatz gestorben sind? Ich will das jetzt nicht gegeneinander aufrechnen. Ich möchte nur sagen, die unsere politische Aufmerksamkeit ist völlig irrational verteilt. Wir haben jedes Jahr 180 oder plus minus Tote durch Raserei auf den Autobahnen. Und die Diskussion über ein Tempolimit wird, sagen wir mal, zumindest sehr kontrovers geführt und es ist völlig unklar, ob das Tempolimit kommt. Was überhaupt nicht kontrovers geführt wird, sind absurde Diskussionen über noch mehr Staatstrojaner, noch mehr Überwachungsgesetze, Vorratsdatenspeicher und der ganze Zirkus, von dem die Wirksamkeit völlig in den Sternen steht. Das geht alles durch, ja, das geht alles durch und das wird immer begründet mit immer noch viel zu vielen, ja, bitte verstehe das keiner falsch, aber mit einer Handvoll Toten auf dem Breitscheidplatz und vergleichbaren Vorfällen in anderen Ländern. Damit werden krasseste Einschnitte in Grundrechte gerechtfertigt. Und wir haben auf der anderen Seite handfeste Belege dafür, dass 180 Menschen letztlich völlig sinnlos sterben. Jedes Jahr plus minus 180 Menschen und es wird nicht völlig klar eingegriffen und werden die naheliegenden Möglichkeiten nicht ergriffen. Wie gesagt, ich möchte einfach nur darauf hinweisen, wie verzerrt unsere politische Wahrnehmung gelegentlich ist und wie manche, sagen wir mal, Freiheitsbetätigungen ganz offensichtlich sakrosankt sind. Ja, Stichwort, manche Leute möchten eben sehr schnell Auto fahren, während Datenschutz oder andere Fragen der Freiheitsrechte eben ganz offensichtlich nicht so hoch im Kurs stehen. Das finde ich einfach, einfach mal der Erwähnung wert. Wir haben in der letzten Lage auch über die Kohlekommission gesprochen und dass da jetzt die entscheidenden letzten Sitzungen bevorstehen. Also es geht nochmal konkret um dieses Gremium aus Umweltschützern, Politikern, Wissenschaftlern, Forschern, Forscherinnen, das halt festlegen soll, wann steigen wir aus der Kohleförderung und Verstromung aus, wann wird welcher Merle abgeschaltet, was kriegen die betroffenen Regionen für Ausgleiche, Entschädigungszahlen, neue Jobs, Institute, Hochschuleinrichtungen, was bekommen auch die Firmen, die Energiekonzerne für Entschädigungszahlungen, weil ihre Kohlekraftwerke ein, zwei, drei, vier, zehn Jahre eher abgeschaltet werden, als sie das ohnehin wahrscheinlich würden. Diese Diskussion haben wir in den letzten Lagen ausführlich dargelegt. Ich wollte es in dieser Stelle nochmal erwähnen, weil heute nämlich die vorletzte wahrscheinlich Sitzung stattfindet der Kohlekommission. Ich will da jetzt nicht nochmal ausführlich drauf eingehen. Wir, denke ich, sind da mit der Strategie des Klimagipfels ganz gut gefahren. Da waren wir in einer ähnlichen Situation, wo der letzte Tag des Klimagipfels war und wir gesagt haben, wir können das entweder heute halbgar machen oder nächste Woche mit einer Woche Rückblick und einer Woche Zeit da entspannt und informiert drauf zu rückblicken. Und ich denke, so werden wir das auch hier machen. Das kurze Update nur im Gespräch sind jetzt halt, wir hatten es damals geschildert, 1,5 Milliarden vom Finanzministerium, was die Entschädigungszahlung angeht, kontra versus 60 Milliarden Forderungen der betroffenen Länder. Jetzt sind im Gespräch 200 plus, also jenseits der 50 Milliarden jedenfalls aus Steuergeld, die dieser Ausstieg kosten könnte für Strukturhilfen, für Entschädigungen der Industrie etc. Das ist ein Batzen Geld. Wir haben es letztes Mal gesagt, warum sich das eventuell sogar lohnen könnte, ob die Industrie jetzt einen Anspruch hat auf Entschädigung, das sei mal dahingestellt. Aber da würde ich sagen, da warten wir mal ab. Möglicherweise gibt es noch eine aller, aller, allerletzte Sitzung Anfang Februar. Aber da würde ich sagen, da blicken wir dann bei der nächsten Lage drauf. So machen wir das. Das würde ich auch denken. Wir haben diese Woche auch ein Thema, was uns eigentlich in den Kommentaren schon länger begleitet. Ja, ganz genau. Und zwar geht es um die Frage Stickoxide und Feinstaub. Da gibt es ja immer wieder Diskussionen um Grenzwerte, die von der EU weitgehend vorgegeben sind und deren Umsetzung im deutschen Recht. Stichwort Fahrverbote. Wir haben schon ganz häufig von dieser Konfliktlage berichtet, haben geschildert, wie einzelne Gerichte Fahrverbote angeordnet haben, haben uns auch die Frage gestellt, wie sinnvoll ist das eigentlich. Aber die zugrunde liegenden Grenzwerte sind jetzt in dieser Woche insbesondere, aber auch schon seit längerem wieder in die Diskussion geraten. Absolut. Also es geht im Kern um Feinstaub, also sehr, sehr kleine Partikel, die durch Dieselverbrennung und Reifenabrieb und sowas entstehen und eben mitunter so klein sind, dass sie durch die Lunge in die Blutbahn gelangen und da Krankheiten verursachen können. Und es geht um diese Stickoxide, also kein Klimagas in dem Sinne, sondern ein Gas, was die Gesundheit beeinträchtigt. Und da, sagen wir mal, ist jetzt eine Diskussion, die so in Fachkreisen schon länger gemacht wird. Also im Deutschen Ärzteplatz seit Anfang oder seit Ende letzten Jahres ist jetzt so ein bisschen in die Öffentlichkeit gerückt. Es geht um nochmal diese Debatte, die auch in den Kommentaren geführt wurde, wie valide sind eigentlich diese Grenzwerte, speziell die Grenzwerte für Stickoxide, die in Deutschland, wie gesagt, von der EU vorgegeben seit 2008 gelten und die auf auch Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation basieren. Diese 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel, die nicht überschritten werden dürfen. Und da gibt es jetzt, sagen wir mal, öffentliche Kritik von Lungenärzten. Und die gibt es schon länger und die habt ihr in den Kommentaren auch immer mal wieder angemerkt. Und da steht im Mittelpunkt ein Mann, der nennt sich Dieter Köhler. Der ist Dieter Köhler, ist 70 Jahre, Pneumologe, also Lungenfacharzt und er war lange Chef von der Lungenfachklinik im Hochsauerland und war eben zwei Jahre auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie. Und der hat im letzten Jahr Artikel im Deutschen Ärzteblatt geschrieben und er hat im letzten Jahr auch schon einen Aufruf, glaube ich, geschrieben. Und er hat einen Aufruf jetzt nochmal rumgeschickt an seine Kollegen mit der Bitte hier, unterschreibt das, unterstützt mich. 100 Lungenärzte haben das dann getan. Und in diesem Aufruf, in diesem Positionspapier übt er, Herr Köhler, Kritik an der Art und Weise, wie diese politisch gesetzten Grenzwerte zustande kommen. Er sagt, den Grenzwerten für inhalative Schadstoffe fehlt oft die wissenschaftliche Basis. Daten zur Luftverschmutzung würden, Zitat, extrem einseitig interpretiert. Zusammenhang zwischen Schadstoffbelastung auf der einen und Gesundheitsrisiken auf der anderen seien lediglich eine Korrelation, keine Kausalität. Also es sei sozusagen lediglich ein Nebeneinander her. Mehr Störche, mehr Babys. So, ohne dass es wirklich eine wirkliche Ursache-Wirkung zwischen diesen beiden Phänomenen existiere. Er sagt, Faktoren wie Lebensstil und andere Umweltbedingungen seien der Grund dafür, dass Menschen an stark befahrenen Straßen, in Klammern mit hoher Stickoxidbelastung, eher erkranken und früher sterben. So, das ist sozusagen seine Argumentation. Und da melden sich natürlich jetzt auch andere Pneumologen, vor allen Dingen zum Beispiel Holger Schulz, einer SZ, Direktor des Instituts für Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum in München. Und der fordert endlich mehr regularen Anreize für diese Staatsstoffvermeidung. Er sagt, Zitat, wir haben es mit einem enormen Gesundheitsproblem zu tun, das praktisch jeden einzelnen Bürger betrifft und dem sich niemand entziehen kann. Er sagt, neben Lungenkrebs, Infarkt und Schlaganfall gäbe es auch einen Zusammenhang zwischen diesen Schadstoffen in der Luft und Leiden wie Diabetes und Demenz. Viele Behauptungen, die eben dieser Herr Köhler in den Raum stellt, sagt er, die seien einfach unwahr und würden nicht stimmen. Schulz zum Beispiel, also er führt hier Studien, epidemiologische Studien an, darunter Langzeitstudien, zudem Tierversuche und Laborstudien. Zusammengenommen sagt er, er gebe sich daraus das Bild, dass von Schadstoffen wie Feinstaub und Stickoxiden eine große Gesundheitsgefahr ausgeht. Ja, und man muss natürlich sagen, wenn man sich diesen Expertenstreit anschaut, dann bleibt eigentlich nur als Fazit, dass es extrem schwer ist, die genauen Wirkmechanismen und insbesondere so die genauen, in Anführungsstrichen, richtigen Grenzwerte herzuleiten. Man weiß eben einfach nicht ganz genau, was da Ursache und Wirkung sind. Es gibt einfach nur sehr deutliche Hinweise darauf, dass Luftschadstoffe, also sowohl Feinstaub als auch Stickoxide, tatsächlich sehr negative Wirkungen auf die menschliche Gesundheit haben. Das heißt natürlich nicht, dass nicht andere Stoffe auch gefährlich sind und es mag natürlich auch sein, dass es andere Gründe gibt, warum bestimmte Menschen, die in besonders belasteten Gebieten leben, aus irgendwelchen Gründen noch andere Gesundheitsnachteile erleiden. Also jetzt mal ganz polemisch formuliert, wäre natürlich denkbar, viel befahrene Straße, billige Wohnungen, da leben Menschen, die, keine Ahnung, viel Fastfood essen. Ja, das wäre jetzt ein ganz plattes Beispiel, ich will das niemandem unterstellen, ja, aber nur um so, um mal quasi ein Beispiel dafür zu bringen, wie man ja auch denken könnte, also wie auch andere Faktoren eine Rolle spielen könnten. Und wenn man sich das überlegt, denke ich, ist völlig klar, der ganz, es gibt einfach nicht den einen richtigen Grenzwerte. Genau, das ist ja so ein bisschen das Problem. Wir haben uns überlegt, wir würden uns natürlich jetzt gerne sagen, unserer Meinung nach hat der oder der Recht. Tatsache ist, in dem Fall können wir das nicht, wir können in diese, wir haben nicht die Kompetenz, in diese Studien reinzugucken, zu gucken, stimmt diese Kritik, was sind die Rahmenbedingungen für diese Studie, was sind die Rahmenbedingungen für diese Studie, wie wurde die interpretiert, wie wurde jene interpretiert. Ich glaube, dass das Problem, wo um das gestritten wird, ist, dass es eben epidemiologische Studien sind, das heißt, du hast es gesagt, schwer nachzuweisen ist, an einem konkreten Fall, er oder sie hat so und so viel Stickoxide eingeatmet, deswegen Asthma bekommen, sondern es werden halt ganze Bevölkerungsgruppen angeschaut und nach bestimmten Kriterien sortiert und geguckt, gibt es halt Häufigkeiten, können wir bestimmte Faktoren ausschließen. So wird eine Wahrscheinlichkeit errechnet, die eine Ursache dieser Stickoxide und eben tausende anderer auch Giftstoffe nahelegt. Die Frage ist jetzt, ist das wichtig? Wie kommen wir trotzdem zu diesen Grenzwerten? Sind die zu hoch? Sind die zu niedrig? Kann man die wegwerfen? Ich denke, natürlich müssen diese Grenzwerte in irgendeiner Art und Weise quasi wissenschaftlich abgeleitet sein, deswegen denke ich, ist es zunächst mal interessant, sich anzuschauen, wie denn die Wissenschaft mit solchen Situationen umgeht, wo man nicht einfach nur ganz klar messen kann, was Phase ist. Dazu hat Philipp ein Interview geführt. Genau und zwar mit der Lorene Dorsten, die ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte und ich habe sie gefragt, wie denn Wissenschaft mit dieser, sagen wir mal, Unsicherheit, die es ja eigentlich schon immer gibt, aber dieser Unsicherheit umgehen soll und der Tatsache umgehen soll, dass sich halt wissenschaftliche Erkenntnisse auch sehr viel schneller wahrscheinlich als früher erneuern, ändern und da hat sie geantwortet. Diese Art Sicherheit ist nicht mit dem wissenschaftlichen Fortschritt zu vereinbaren. Das heißt, wenn man behauptet, dass man die ewige Wahrheit hat und morgen diese ewige Wahrheit im Licht von neuer Forschung revidieren muss, kann man schon verstehen, wie bei dem allgemeinen Publikum die Wissenschaft ihre Autorität verliert. Die Wissenschaft muss in der Lage sein, ihre Ergebnisse mit Unsicherheit zu vermitteln. Also, da habe ich dann, da fiel mir dann spontan dieser IPCC-Bericht ein, also der Bericht dieses Wissenschaftlergremiums für den Weltklimarat, die sozusagen zusammenfassen, wie steht es denn um das Weltklima und da, das hattest du ja auch damals rausgehoben, haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eben angegeben, eine Wahrscheinlichkeit, mit der sie diese Aussage und diesen Befund für korrekt und unstrittig halten. So, und darauf, das habe ich ihr dann auch vorgetragen. So, als Beispiel, als politisches Beispiel. Als Beispiel, genau. Und daraufhin hat sie gesagt. Die Wissenschaft muss in der Lage sein, solche Unsicherheiten zu übersetzen. Unsicherheit heißt nicht Unwissen. Wir müssen eine Sensibilität entwickeln für Graden von Wahrscheinlichkeiten. Oder dafür oder dagegen. Wie ist es eben mit dem Feinstaub? Wie ist es mit NOx? Man weiß eben einfach nur, es ist sehr wahrscheinlich. Man weiß aber nicht ganz genau, was sind jetzt wirklich ganz gefährliche Konzentrationen? Wo sollte man die Grenze setzen? Mit anderen Worten, da kann die Wissenschaft keine ganz klaren Maßstäbe geben, aber sie kann eben mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und ich finde das sehr sympathisch, wenn Professor Destin hier fordert, eben diese Unklarheiten auch deutlich zu machen. Also zu sagen, das wissen wir, da sind wir uns relativ sicher. Das hat ja auch der IPCC-Bericht mustergültig gemacht. Das und das ist ziemlich sicher. Das und das ist überwiegend wahrscheinlich. Und das und das ist letztlich völlig unklar. Eine zweite Frage ist natürlich, wie dann Politik darauf reagieren muss. Und das ist zum Beispiel, das hattest du eben schon angesprochen, Philipp, auch ein Argument, das sehr häufig bei uns in den Kommentaren gekommen ist in den letzten Monaten, wenn wir über Feinstaub oder über Stickoxide gesprochen haben, da kamen immer wieder Leute, die dann kommentiert haben, nein, diese ganzen Grenzwerte sind doch total umstritten. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Man muss sich einfach darüber klar werden, dass diese Grenzwerte eben nicht exakte Wissenschaft sind, aus den genannten Gründen. Man weiß das eben einfach nicht ganz genau, sondern diese Grenzwerte sind letztlich politische Wertentscheidungen. Und das macht diese Grenzwerte so spannend und zugleich, finde ich, auch so legitim. Weil da letztlich eine politische Entscheidung dahinter steht, nicht zu sagen, das und das ist ein tödlicher Wert, sondern die politische Entscheidung ist, wir als Gesellschaft bewegen uns in einem Spannungsfeld verschiedener Interessen. Die einen wollen Auto fahren, die anderen wollen keinen Lungenkrebs kriegen, jetzt mal ganz auf den Punkt gebracht. Und dann ist es eine politische Entscheidung zu sagen, dieses und jenes Maß an Emissionen lassen wir zu. Mit so und so viel Mikrogramm Stickoxid in der Luft muss man eben leben, auch wenn die möglicherweise nicht völlig ungefährlich sind. Auf der anderen Seite, wenn es darüber hinaus geht, dann müssen eben Maßnahmen getroffen werden. Dann muss halt die Autofahrerin oder der Lkw-Fahrer einen Umweg fahren oder ganz woanders herfahren, weil sonst die Grenzwerte überschritten werden. Das ist eine politische Entscheidung, wie man den Konflikt zwischen verschiedenen Rechtspositionen auflöst. Und deswegen kann man diese politischen Entscheidungen auch im Prinzip nicht mit dem Argument kritisieren, dass die Grenzwerte wissenschaftlich umstritten sind. Das mag ja alles sein, dass Wissenschaftler dies und jenes darüber denken. Das Entscheidende ist, dass es sich um eine politische Entscheidung, wie man diese verschiedenen Interessen gewichten will, natürlich, und das ist jetzt quasi die Fußnote oder das Fragezeichen dahinter, natürlich muss sich die Politik vernünftig informieren. Ja, das kann ja nie sein, die sitzen ja nicht da bei der EU und sagen, nehmen wir 200 Mikrogramm oder was hast du, 500? Also meine Oma sagt, 20 sind auch okay. Sondern auch diese Debatten, die fußen natürlich auf Studien und auch die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation, die fußen natürlich auf Studien. Da ist für mich aber die Frage, wie geht man denn damit um, wenn es da keine vielleicht klaren Aussagen gibt oder Unsicherheiten gibt, wie schädlich bestimmte Mengen Stickoxid denn nun sind, wenn dann in anderen Umgebungen viel mehr zugelassen ist. Stichwort Büro oder andere Geschichten. Wie geht man dann damit um? Also das ist ja eine Abwägung, dass wir sagen, okay, wir haben 40 Mikrogramm und darüber und sei es nur 50 oder 60, sprechen wir Fahrverbote aus und greifen tief in rechte andere ein. Und jetzt sagen einige, ja, aber diese 40 Mikrogramm, also da habe ich Zweifel, dass die wirklich gesundheitsschädlich sind für die Leute, die da in der Umgebung wohnen. Plus wir zweifeln an, wie die gemessen wurden, dann steht die Station zu nah, zu weit, zu hoch, zu niedrig und das ist ja auch alles nicht richtig konsistent und so weiter. Was heißt das denn für die politische Entscheidung bei diesen Grenzwerten? Ja, ich denke, das bedeutet eben, dass man sich bemühen muss, dass man dem Stand der Wissenschaft und Forschung entsprechende Entscheidungen trifft. Man muss sich halt informieren, man muss im Zweifel auch ein Gremium schaffen, dass dann ein bestimmtes, dass er wissenschaftlich besetzt ist und bestimmte Vorschläge machen muss. Man muss vielleicht auch Vorgaben machen dafür, dass tatsächlich auf eine bestimmte wissenschaftlich valide Weise gemessen wird. Aber letztlich ist das eben genau das Vorrecht des Gesetzgebers, die bestimmte Abwägungsentscheidungen zu treffen, wie viel Milligramm oder Mikrogramm sie zulassen wollen, wie viel nicht. Muss das jetzt geändert werden, wenn Zweifel auftauchen? Nö, wenn Zweifel auftauchen nicht, erst wenn eindeutig feststünde, dass es völlig fern liegt, dass 40 Mikrogramm zum Beispiel gefährlich sind. Denn dazu muss man ja auch sagen, der gute Herr Köhler, der hat jetzt zwar 100 Unterschriften gesammelt, die Pneumologische Gesellschaft, wo er mal Vorsitzender war, die hat aber 4000 Mitglieder. Ja, das ist ja nicht viel. Wenn die alle unterschrieben hätten, dann wäre das was anderes, als wenn 100 unterschrieben hätten. Und er ist ja auch nicht frei von Selbstbewusstsein. Also er schreibt, dass er, Zitat, ich gehöre zu den wenigen Experten in diesem Bereich. Aha. Ja, weil er vor 35 Jahren zu diesem Thema mal habilitiert hat. Also, und das sagt ja auch sein Kollege, dieser Holger Schulz, sagt auch, naja, möglicherweise, ich paraphrasiere, aber möglicherweise braucht er auch noch ein bisschen, hat er einen hohen Geltungsdrang als Pensionär. Also, ja, ich finde, man darf das nicht, man darf das nicht wegwischen und unter den Tisch wischen, aber man muss es eben, sagen wir mal, gewichten und einsortieren. Und wir würden sagen, so wie die Grenzwerte zustande gekommen sind, ist offensichtlich nicht kompletter Quatsch. Und die politischen Abwägungen zugunsten der Gesundheit von vielen Millionen Menschen ist vertretbar. Das würde ich jetzt erstmal auch so sehen und ich denke da eher so eine Art Monitoringpflicht, sich da bei der Politik, die müssen natürlich weiterhin gucken, wie entwickelt sich der Stand der Wissenschaft. Man kann jetzt nicht mit den zulässigen Werten, die vielleicht in den 70ern Stand der Technik waren, weiterarbeiten. Man muss das im Blick behalten, man muss sich da weiterhin auch offen zeigen für wissenschaftlichen Fortschritt. Aber im Kern bleibt es eine Abwägungsentscheidung, die eben nicht mathematisch präzise getroffen werden kann. Und auch hier wieder politische Diskussion, Süddeutsche schreibt auch, Leute, verkämpft euch nicht auf diesem, in Anführungsstrichen, Nebenkriegsschauplatz. Ja, es geht um die Gesundheit von vielen Menschen, aber das wirkliche Problem beim Autoverkehr ist nicht die Stickoxide, sondern ist das CO2. Und das muss runter und da macht die Autoindustrie und der Staat zu wenig, kämpft dafür. Apropos kämpfen, wir kommen zu unserem letzten größeren Thema für diese Sendung. Nämlich zur Diskussion über Wahlkämpfe. Da hat es in den letzten Tagen einen ganz spannenden Beitrag gegeben aus einem Schweizer Magazin von dem Journalisten Hannes Grasegger. Hannes Grasegger hat sich nämlich einmal angesehen, wie zum Beispiel Benjamin Netanyahu und Viktor Orban Wahlkampf geführt. Und dabei spektakulär gewonnen haben, teilweise gegen ursprünglich ganz andere Umfragewerte. Und darüber geschrieben hat eben Hannes Grasegger und mit ihm wollen wir darüber sprechen, wer denn eigentlich hinter diesen Kampagnen steht. Denn da stößt man sehr schnell auf einen Namen von einem Amerikaner, Arthur Finkelstein, der offensichtlich ganz unterschiedliche Kampagnen mit organisiert und inspiriert hat. Und deswegen unsere Frage, wer war denn eigentlich Finkelstein? Ja, Arthur Finkelstein, 1945 geboren, ist so ein bisschen der rote Faden des rechten Rands der Republikanischen Partei in den USA. Arthur Finkelstein war einer der erfolgreichsten und vielleicht auch einflussreichsten Polster. Das waren Politikberater. Polster sind Leute, die Kampagnenempfehlungen auf der Basis von Zahlen, von eigenen Erhebungen, von ihren Pols aufbauen. Wie bist du denn auf dieses Thema eigentlich gekommen? Es fing ganz woanders an und ich hätte nie gedacht, dass ich bei Arthur Finkelstein lande. Also ich war in Budapest eingeladen auf einer total langweiligen Veranstaltung oder auf etwas, was eigentlich eine total langweilige Veranstaltung hätte sein sollen. Und zwar einen Pressepreis. Allerdings war auf dem Pressepreis große Nervosität und es hat sich ungefähr angefühlt wie vorabend 1932. Und die Veranstalter haben uns gesagt, steht nicht so viel draußen rum. Wir haben ein bisschen mehr Sicherheitspersonal hier. Kommt doch mal rein. Es könnte heute Abend was passieren. Und dann habe ich angefangen zu realisieren, dass in Ungarn ist wirklich was los. Und ich wollte wissen, warum? Achso, und dann, wie bist du dann auf Finkelstein gekommen? Genau, also dann bin ich, ich hatte noch zwei Tage in Ungarn und habe angefangen, mich mit den Leuten zu unterhalten. Die haben mir dann von den Kampagnen der Fidesz-Partei erzählt und von dieser Kampagne gegen George Soros. Den hatte ich wirklich vorher am Rande nur wahrgenommen. Der hat mich nicht so interessiert gehabt. Er ist ein ungarisch-amerikanischer Milliardär und erst mal bekannt als ein ziemlich aggressiver Fund-Manager und Investor und aber auch bekannt als ein großer Philanthrop, der Gründer der Open Society Foundations. Und der ist in Ungarn wirklich sowas wie der Staatsfeind Nummer eins. Und zwar ist er dazu gemacht worden von eben der Fidesz-Partei. Da hängen überall in dem Land noch Posterfetzen rum. Ich bin auch rumgefahren in Ungarn ein bisschen. Und man sieht noch die Reste von so großen blauen Postern, auf denen ein Schwarz-Weiß-Foto von diesem wirklich sehr alten Mann, der ist jetzt 89 bald, hängt, wo er so lächelt. Und daneben steht ein Satz, der sich grob übersetzen lässt wie, lasst ihm nicht das Letzte lachen. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja vollkommen abgefahren. Also du hast da jemanden, der nicht mal in diesem Land wohnt, gegen den die führende Regierungspartei, sozusagen gegen den die vorgeht als Hauptkampagnengegner. Als ob dieser Mann die Opposition wäre. Also wenn man Negative Campaigning macht, also Campaigning, der versucht den Gegner runterzureden, dann ist es im Normalfall so, dass Donald Trump greift Hillary Clinton an und sagt so, ey, die ist aus folgenden Gründen schlecht. Aber in dem Fall, das ist ja nicht mal ein Politiker gewesen. Und wie kommt es zu so einer Kampagne, dass ein Land sich zu so einem Schritt entschließt? Dann habe ich angefangen, ich meine, ich habe ja vor drei Jahren oder sowas, habe ich so einen Artikel geschrieben über so eine britische Datenfirma und Campaigningfirma namens Cambridge Analytica. Und ich achte so ein bisschen auf so digitale Wahlkampagnen, habe mir gedacht, wie sieht das eigentlich digital aus? Und gab es da ausländische Strategieberater, ja? Und habe angefangen so heraus, also Kontakt aufzunehmen zu Leuten, die irgendwie sich in dem Bereich auskennen. Und irgendwann kam es zu einem Gespräch, ich glaube, das war mit Peter Kreko, der gehört zu so einem Research Institute, irgendwas mit Capital, Political Capital, glaube ich. Und der hat gesagt, ja, es wird immer viel gemunkelt über die Rolle von diesem Arthur Finkelstein. Und dann habe ich mal angefangen zu googeln, das hatte ich noch nie gehört, ja? Und man muss echt wissen, dieser Arthur Finkelstein, der 1996 hat CNN über den gesagt, das sei der Kaiser Söße der Republikanischen Partei. Das ist sozusagen der Schattenmann irgendwie, der fast keine Fotos existieren von dem, also unverhältnismäßig wenig, obwohl der in den USA wirklich, wahrscheinlich hat niemand mehr Senatoren als er in den Kongress gebracht. Und so bist du also auf Arthur Finkelstein gestoßen quasi, das war jetzt, wie soll ich sagen, etwas längerer Weg von dieser Veranstaltung in Ungarn über die Kampagne gegen Jean Soros bis hin zu Arthur Finkelstein. Was ist denn jetzt das Besondere an Herrn Finkelstein? Welche Methoden hat er insbesondere propagiert, um zum Beispiel in Wahlkämpfen erfolgreich zu sein? Also, je länger ich mich in die Arbeit von Finkelstein reingelesen habe, also es gibt kein einzelnes zusammenfassendes Buch oder so, aber desto mehr habe ich das Gefühl bekommen, das ist sozusagen das How-to des modernen Rechtspopulismus. Also, Finkelstein hat schon, ich glaube Mitte der 60er, der ist 1945 geboren, abgeschossen, irgendwie sowas wie 1968, hat er an der Wall Street als Computer-Guy, als Programmierer gearbeitet. Das ist so ein richtiger Zahlentyp, ja, der war dann kurz auch im Fernsehen so TV-Polster, also das sind diese Exit-Pols, wo Leute gefragt werden, was habt ihr gewählt, ja. Und der hat zahlenbasierte politische Kampagnen geführt, aber immer mit dem Twist, das war der Typ, der den Bad Stuff empfiehlt. Also, der sagt, was provoziert eigentlich am meisten, was sind Mitte-Themen, die die Leute wirklich ins Herz treffen, also die größte Zahl der Leute wirklich ins Herz treffen, aber die die Leute sozusagen gegeneinander aufbringen, wo die Leute am meisten drüber gespalten sind. Und das hat er versucht, wirklich zahlenmäßig rauszufinden, also da sind sehr detaillierte Erhebungen, hat er durchgeführt, um in den jeweiligen Wahlkämpfen diese Themen rauszufinden. Und 1970 hat er in so einem Memo ans Weiße Haus von Richard Nixon geschrieben, ja, was eigentlich immer trifft, ist Race, Also Rasse, Rakt, Drogen und Crime. Und Kriminalität. Sag mal, und er ist ja jetzt über Jahrzehnte eigentlich schon aktiv gewesen und hat diese Methoden in unterschiedlichen Wahlkämpfen auf Zahlenbasis sozusagen verfeinert und angewendet und auch mitunter mit großem Erfolg. Welche, also du hast so ein paar Prinzipien schon angesprochen, also, sag mal, spaltende Momente sind entscheidend, quasi, dass Angriff Pflicht ist, so habe ich das auch da im Artikel entnommen. Welche Rolle spielt denn Angst in diesen Kampagnen? Angst ist zentral und zwar, es muss die Angst vor einem Gegner gemacht werden. Also Finkelstein hat dieses Modell des Rejectionist Voting entwickelt, das nennt sich, also mitentwickelt, das machen auch andere, das ist eine Art weiterer Schritt nach Negative Campaigning. Man bringt die Leute so gegen einen vermeintlich bösen Gegner auf, dass selbst die faulsten Wähler anfangen an die Urne zu gehen, um das Böse abzuwehren. Also das hat man so ein bisschen in dieser Hillary Clinton Antikampagne von Trump gesehen, wo sie so als Crooked Hillary, als Vertreterin des Swamp, als etwas, was wirklich so gefährlich ist, dass man besser mal Trump wählt, um dieses Böse abzuwehren, ja. Das war so seine Technik. Also, ultimativ personalisieren auf den Gegner. Man spricht gar nicht über die eigene Kampagne, man spricht nicht über das eigene, Entschuldigung, über das eigene politische Projekt, ja, sondern man spricht nur über genau jene Schwächen des Gegners, die am meisten Wähler gegen ihn aufbringen und macht ihn zu einer Angstfigur, sodass die Leute dann anfangen, allein schon deswegen für den eigenen Kandidaten zu sprechen. Kannst du da nochmal gerade ein Beispiel dazu bringen? Also ich meine, in deinem Artikel kommen zum Beispiel aus Israel, wie dieses Negative Campaigning und dieses Aufbauen eines Angstgegners in Wahlkämpfen ganz wunderbar funktionieren kann. Also er hat es in den USA, gibt es so einen Fall mit D'Amato, das war ein New Yorker Politiker, den hat er, da hat er mehrere bekannte solche Kampagnen gemacht, das kann man alles nachgoogeln über ihn, am erfolgreichsten rausgetragen aus der USA, als so ein bisschen sein Stern schon fast am Verblassen war in den USA, ja, es ist Leute gehabt, die noch krasser waren, ist er expandiert ins Ausland, als er Bob Dole Kampagne gegen Clinton geführt hat, 1996, gab es einen Anruf, Netanyahu wollte Shimon Peres besiegen. Nachdem der Friedenshoffnungsträger Rabin ermordet worden war, gab es einen recht eilig ausgerufenen Wahlkampf in Israel und da ist etwas total Überraschendes passiert, also niemand wusste, dass Finkelstein angeheuert wird, da gab es richtige Vertragsklauseln, das geheim zu halten, seinen Namen, ja, auf einen Schlag hat Netanyahu, der vorher eine ganz andere öffentliche Figur war, hat der so ein Video gehabt, wo er so ganz präsidial da sitzt und so sah aus, wie der amerikanische Präsident so ein bisschen spricht, ja, vorher war er ein bisschen so der Wutbold, der Gnom in der israelischen Politik und dann aber hatte so eine richtig harte Anti-Kampagne gegen Peres gefahren und zwar hat er behauptet, in so ganz kurzen, sehr amerikanischen Spots für damalige Verhältnisse, Peres wird Jerusalem teilen und hat damit so eine richtige große Furcht angesprochen und das Land wurde zugeflastert, das lief auf allen Kanälen, ja, und das hat richtig Erfolg gezeigt und es war ein Vorwurf, der war nicht berechtigt, der war ganz, 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 ganz entfernt ableitbar und das war so die Taktik von Finkelstein, der immer behauptet hat, er sei sehr moralisch, er würde nie lügen, ja, es war ganz entfernt abgeleitet aus irgendwelchen Nebenvorschlagsklauseln des Osloa Vertrages, ja, daraus war diese Behauptung konstruiert und die wurde voll gegen den Kandidaten gerichtet und über Netanyahu an sich hat man kaum mehr was gehört, außer diese präsidialen Bilder, typischer Finkelstein-Style, das hat dazu geführt, dass die 30 Prozent fast aufgeholt haben und in der Enddebatte gab es so einen richtig entscheidenden Moment, da hat Peres versucht, sich zu verteidigen, im Fernsehen jetzt, bei so einer TV-Debatte, ja, hat Peres dann versucht, sich zu verteidigen und hat sofort sagen wollen, so, hey, nee, Jerusalem will ich gar nicht teilen, weil es war auch unwahr und ab da hatte natürlich Netanyahu das Gespräch total in der Hand und dann gab es einen total überraschenden, ganz knappen Sieg und das ist genau dieses Muster, ja, das ist, das, das habe ich irgendwie das Gefühl, das erkenne ich wieder, also das ist etwas, was wir in den letzten Jahren so oft gesehen haben, man denkt jetzt mal an Brexit, man denkt jetzt mal an Trump, ja, dieses zahlenbasierte Negative Campaigning, den Gegner zum Bösen machen, sehr weit hergeholte oder komplett unwahre Behauptung, ja, Finkelstein. Das sind alles Sachen, die wir auch bei Donald Trump derzeit beobachten, ein Muster, was sich bei ihm auch extrem durchzieht, ist dieser Vorwurf der Fake News, also er diskreditiert Medien, die ihm nicht gefallen, deren Berichterstattung er als unfair empfindet, als Fake News. Wie passt das in diese, in diese Kampagne, in dieses Er hat auch nicht immer gewonnen, muss man sagen, der ist zum Beispiel 98 auf 99 abgesägt worden, aber in der, in diesen Beratungen, und es gibt so eine Biografie über Netanjahu, in der taucht Finkelstein ziemlich oft auf, ja, da wird, glaube ich, geschrieben, der hätte keinen Schritt, Netanjahu hätte keinen Schritt getan in Krisenzeiten, ohne Finkelstein vorher konsultiert zu haben. Da hat Finkelstein unter anderem auch die Empfehlung ausgesprochen, gegen die Presse zu gehen. Aber wenn man sich anguckt, wie lang, ja, die Geschichte des Kampfes gegen die Presse ist, in den USA, als politisches Mittel, dann landet man bei Nixon, ja, und das ist, das ist wirklich eine alte, das ist ein altes strategisches Mittel, die Presse als, als biased und als, als lügnerisch darzustellen. Und das ist, was, was für mich auch am meisten aus dieser Reportage eigentlich rauskommt, wenn man da sieht, diese Netzwerke, wie alt die sind, wie lang sich dieses Trumpismus sozusagen aus, wie viele Quellen sich das speist, ja, wie man sieht, wie Finkelsteins Schüler für Trump gearbeitet haben, ja, Larry Weizner und Tony Fabrizio und, und, ähm, da merkt man einfach, das ist nicht einfach so aus dem Nichts gekommen, diese ganzen Strategien und Taktiken. Und Finkelstein ist da einfach eine wichtige Figur. Nun, ist es ja so, dass Fake News viel mehr sind, als nur der Vorwurf von Trump an Medien, dass sie Fake News schreiben würden? Donald Trump setzt ja, das ist vielleicht sogar noch der wichtigere Fall der Verwendung von Fake News, setzt ja selber auch auf Desinformationen und auf Lügenkampagnen. Wie verhalten sich denn solche Lügengeschichten, die politische Figuren selber kolportieren, ähm, zu diesem Negative Campaigning, das du gerade beschrieben hast? Ähm, also das ist halt ein, das ist halt ein Mittel. Also, wie gesagt, völlig richtig festgestellt, das ist nicht nur einfach ein Vorwurf, ja, ähm, aber die Kampagne gegen, äh, Soros in, äh, Ungarn, ja, die begann damit, dass, ähm, dass, äh, 2013, ich glaube im August, ähm, Berichte über ihn in der ungarischen Presse rauskamen über George Soros, dass er angeblich, ähm, der Strippenzieher sei hinter ganz vielem von dem, was damals als Opposition noch übrig blieb in Ungarn, eben die NGOs, ja. Ja. Und da gab es dann ganz lange Medienkampagnen und Orban, ähm, hat auch so ein Medien-Empire aufgebaut über die letzten, ähm, Dekade eigentlich schon fast, ja. Und, ähm, es gibt eine gemeinsame Firma, die Orbans, Orbans Medienmann, Arpat Harboni, ähm, mit Finkelstein gegründet hat, ja. Also, Orban hat mehrere Leute, die sozusagen für ihn die Medien langsam aufgekauft haben, ja. Dazu gehört Arpat Harboni eben. Und dieser Arpat Harboni war sozusagen der lokale Übersetzer für Finkelstein, ja. Und dieser lokale Übersetzer hat sozusagen diese ganzen, ähm, Unternehmen, die, die Soros-Propaganda von, äh, Orban übernommen und ausgeführt haben. Also, viele davon hat er gekauft. Es ist also ein wichtiges Instrument sozusagen, erst mal so eine eigene, ähm, Fake-News, ähm, äh, Industrie aufzubauen, um so ein dauerhaftes Campaigning durchzuführen, wie in Ungarn läuft und lief. Ähm, jetzt sind ja viele Medien, ich würde, habe ich das Gefühl, überfordert, äh, mit dieser Art des Wahlkampfes, ähm, und mit Leuten wie Trump. Wie sollen sie mit deren Äußerungen umgehen? Einerseits, äh, kann man, so ist das Mantra lange gewesen, nicht ignorieren, was ein amerikanischer Präsident sagt. Wenn es denn aber nun erwiesenermaßen oft falsch ist, erwähnen wir es und stellen es in Kontext, nehmen wir aber in Kauf, dass wir den, äh, den Inhalt trotzdem verbreiten. Verschweigen wir es, obwohl es ein US-Präsident gesagt hat. Auch hierzulande sind viele Medien verunsichert, wie sie mit dieser Art des aggressiven und auf Behauptungen, unwahren Behauptungen basierenden Wahlkampf umgehen sollen. Was würdest du denken, wie wäre da der richtige Umgang mit sowas? Ja, ich habe ja genau gemacht, was ich denke. Also, äh, ich gehe dem nach und versuche sozusagen, die, das, das strukturelle, äh, Fundament, ja, äh, von dieser Bewegung irgendwie offen zu legen, um, äh, um zu zeigen, wo, ähm, sich eventuell, äh, äh, Punkte ergeben, in denen man, falls man jetzt dieser, dieser Trump-Linie nicht folgen will, ähm, wo man da jetzt, ähm, äh, attackieren könnte. Also, da gibt es viele Ebenen und bei Orban, in Orbans Empire, den, den hat übrigens Steve Bannon, der da regelmäßig in Ungarn, äh, quasi auf Wallfahrt geht. Ähm, Steve Bannon hat Orban als Trump, ähm, äh, vor Trump, ähm, äh, 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 tituliert und geehrt. Ähm, ähm, da sieht man doch einfach, ähm, wie da solche, ähm, 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 windigen, ähm, Geschäfts, äh, Netzwerke aufgebaut wurden in Ungarn. Und Ungarn ist eigentlich unter Orban zu so einer Art, äh, Mafia-Kleptokratie geworden, die, ähm, schön abschöpft, was aus der EU und aus der deutschen Großindustrie auch, äh, äh, da reinfließt. Also, da geht's doch eigentlich um materielle Interessen. Und ich denke, wenn man sowas offenlegt, ja, und, und die Akteure auch klar benennt, ja, ähm, dann, dann, ähm, ist man da schon mal einen Schritt weiter. Statt also den, den Trump-Hype irgendwie zu multiplizieren und sich auf Twitter und was auch immer über jede seiner Äußerungen schön brav aufzuregen, das ist eine Form von Gehorsam, ja, da mach ich nicht mit. Ähm, oder das einfach zu verschweigen, ja, was irgendwie auch nicht so ganz richtig ist, da schließe ich mich an, ähm, einfach versuchen aufzudecken, zu sehen, was ist da strukturell, ja, und, und dann, äh, kann man da auch, äh, angreifen und den Boden wegziehen, denke ich. Du hast jetzt ganz häufig darauf hingewiesen, dass diese Mittel, die Arthur Finkelstein entwickelt und verfeinert hat, ähm, vor allem, ähm, von konservativen bis rechtsradikalen Parteien verwendet werden bisher, also von den Republikanern in den USA, jetzt von Donald Trump in letzter Zeit, aber eben zum Beispiel auch von Viktor Orban oder in Israel. Ähm, ist das ein spezifisch rechtes bis rechtsradikales Mittel? Funktioniert das nur auf dieser Seite des politischen Spektrums? Ähm, oder hat, äh, haben quasi linke oder demokratische Parteien das bislang einfach nur verpennt? Nö, ich denke, ähm, ich denke erst mal, also jetzt wirklich im Fall von George Soros gibt's auch eine ganz klare, äh, 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 Strom von Linken, die Soros dämonisieren und, und so als Großkapital und, und, ähm, irgendwie internationaler, äh, Kapitalismusvertreter und so, so total, äh, äh, ablehnen, ja. Ja, aber jetzt mal weg von der Debatte um George Soros, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel an den letzten Präsidentschaftswahlkampf in den Vereinigten Staaten denken, hätte Hillary Clinton, äh, auch Negative Campaigning erfolgreich einsetzen können zum Beispiel? Hätte sie mit Fake News über Donald Trump, äh, dessen Fake News Kampagne, ähm, kontern können? Also ich denke, es gibt ja immer diese Fact-Checker und wenn man jetzt, ähm, äh, äh, guckt, dann haben auch, ähm, Cortez die demokratische Hoffnung gerade, die lässt ja auch ganz schön, ähm, ähm, ganz schön brei ab manchmal, das klingt zwar nett, aber, ähm, es ist, ähm, auch nicht wahr und bei Hillary Clinton war auch nicht jeder Claim über ihren Gegner, die hat auch schlecht über ihren Gegner geredet und Negative Campaigning gemacht, ähm, war auch nicht wahr. Das ist, glaube ich, ähm, früher waren die Republikaner, und das ist mir in dieser Recherche aufgefallen, vor ungefähr 50 Jahren, ja, da waren das sozusagen die, ähm, da waren das sozusagen eher noch die Anständigeren und die Demokraten waren die, äh, aktiver Populistischen, die, ähm, mit solchen, ähm, mit solchen Negativ Campaigning und Unwahren Behauptungen, ähm, 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 äh, gearbeitet haben und ich empfehle das aber auf keinen Fall als Strategie, ja. Ähm, ich glaube, dass sozusagen, ähm, ich glaube, dass sozusagen das sehr viele Leute auch, ähm, abschreckt und was das Problem jetzt war, dass diese Campaigner in Ungarn hatten, was man aus diesem Fall lernen kann, ist, die, die mussten so eine, so eine Wut- und Hass- und Angstschraube, ja, sowas verbraucht sich immer wieder ein bisschen, ja, und dann muss man immer weiter das, das, das Volumen hochdrehen, ja, der, der George Birnbaum, der da mit mir gesprochen hat, hat gesagt, you need to keep the bass energized, ja, you need something strong. Und das heißt, alleine aus diesem, aus diesem Bedürfnis, ja, dieses Gefühl aufrechtzuerhalten, es ist wie, wie ein DJ, der in einem Club immer weiter, ähm, immer höher dreht. Jetzt muss man aber was anderes sagen. Ich finde, es gibt durch diese, durch diese, durch diese, ähm, durch diese Lügerei, ja, und diese ganzen, ähm, Kampagnen, hat sich so eine Art Gefühle ausgebreitet, okay, das ist eh alles unwahr und es gibt so eine Art lustigen, utopischen Moment schon fast, in dem man anfangen kann, ähm, positive, ähm, Fantasieforderungen aufzustellen, die total inspirierend sein können. Das finde ich das Gute an dem, was Cortez macht. Also die macht dann so Forderungen wie, 2030 oder so soll es keinen CO2-Ausstoß mehr aus den USA geben, ja. Alleine sowas mal zu behaupten, jetzt plötzlich in diesem, in diesem quasi halluzinatorischen Trump-Wahnsinn, ja, der da sich weltweit auch am Ausbreiten ist und vielleicht nicht nur aus den USA kommt, gibt es plötzlich einen Moment, wo man genau das Gegenteil machen kann, statt verstörerische, äh, Ideen zu lancieren, kann man plötzlich eben auch, auch, auch ganz neue, äh, positive und konstruktive Ideen vielleicht formulieren. Das finde ich ziemlich interessant. Also mit Utopien gegen Dämonen quasi, ist deine Strategie in diesem Fall. Ja, statt in so ein, besser doch als so ein, ähm, ja, du mir auch, ähm, Auge um Auge, Zahn um Zahn, jetzt mach ich dich runter, du hier noch Hass, 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 ähm, gefällt mir eigentlich besser. Ähm, sag mal zum Schluss, äh, du hast ja, ähm, schon diesen Artikel erwähnt, die du, äh, von einem, weiß nicht, wie lange ist es jetzt ja, zwei Jahre, zwei Jahre oder was geschrieben habt, der hieß, äh, ich hab nur gezeigt, dass es die Bombe gibt, ähm, über den Psychologen Michal Kosinski und, äh, seine Methode quasi aus Facebook-Daten, so psychologische Profile abzuleiten und dann eben, äh, Cambridge Analytica als Firma, die diese Methode auch angewendet haben, um eben für Donald Trump zum Beispiel Wahlkampf zu machen. Der Artikel wurde extrem rumgereicht, äh, und wurde sehr, sehr viel diskutiert und eine Kritik, die immer wieder aufkam, war, dass du in dem Artikel oder dass in dem Artikel insgesamt dieser Zusammenhang etwas überbetont wurde zwischen den Daten von Kosinski, seiner Methode und, äh, dem, was Cambridge Analytica daraus angeblich gemacht hat, nämlich, äh, Wahlkampf für Donald Trump und dass deshalb Donald Trump die Wahlen gewonnen hätte, dass du da sozusagen einen, also mal einen größeren Zusammenhang, äh, gezeichnet hast, als dich letztlich nachweisen ließ. Wie hast du denn in diesem, in diesem Fall, äh, jetzt recherchiert, quasi, wo, wo Finkelstein ja auch ein, ein, sagen wir mal, eine zentrale Figur ist, die, die sehr großen Einfluss auf sehr, sehr viele Wahlkämpfe gehabt hat nach deinen Recherchen. Wie bist du da vorgegangen? Also, ähm, du hast jetzt in deiner langen Rede, ähm, hast du so ein paar kleine, ähm, hast du so ein paar kleine, ähm, Anschuldigungen, ähm, reingebaut und jetzt soll ich aber zum nächsten Punkt drüber springen. Ja, du kannst auch gerne auf die, wenn, also das war ja die Kritik, äh, die in verschiedenen, von verschiedenen Seiten damals formuliert wurde. Bis, bis zu dem Punkt, ähm, wo in den, äh, in den USA und in England diverse, äh, Prozesse gegen Cambridge Analytica gelaufen sind und New York Times und der Guardian und Channel Four aufgedeckt haben, äh, was für ein weit verzweigtes, korruptes, äh, Netzwerk das eigentlich ist und bis heute ist noch nicht alles aufgeflogen. Also, ähm, da bin ich sehr stolz drauf, dass, ähm, angefangen, äh, zu haben, äh, dass es da eine öffentliche Diskussion drüber gibt, ähm, die muss auch weitergehen, weil, ähm, mit digitalen Mitteln Macht zu erlangen, ja, darum ging es in diesem Text und welche Techniken dabei verwendet werden. Das finde ich super gut. Also, da gibt es EU-Regulationen jetzt dazu, die anfängt, ähm, freue ich mich sehr dazu und, ähm, wenn so eine Diskussion, ähm, anfängt, ähm, jetzt, äh, zu dem Thema, äh, Strategien von, äh, rechtspopulistischem Campaigning in Europa, ja, dann muss man sagen, in dem Artikel steckt ganz viel noch gar nicht drin, was ich alles rausgefunden habe. Also, George Birnbaum ist mitunter Inhaber von einer Targeting-Firma, ja, die heißt Majoritas. Da können sich fleißige Rechercheure, ähm, mal dran machen, zu gucken, für wen die alles gearbeitet haben, ja, und wo die überall, äh, registriert sind. Ähm, man kann sich auch noch angucken, wie Orban gerade dabei ist, sein Medien-Empire auf den Balkan auszudehnen und dort strategisch aufzukaufen. Der Mann hat nämlich große Pläne und, ähm, ich denke mal, ähm, hier diese Recherche, die fing im März 2018 an, ja, und wir sind Mitte Dezember, sind wir ins Fact-Checking gegangen. Genau als Klaas Relotius, ja, äh, sein, sein Schiff da, äh, versenkt hat, ähm, das war eine hervorragende Zeit für ungefähr ein dreifaches, äh, Triple, äh, Doppel-Fact-Checking, ja. Ähm, das Ganze ist noch, äh, in den USA nachher von BuzzFeed, die haben ja alle Aufnahmen, ja, also ihr müsst euch vorstellen, ich hab diesen George Birnbaum, hab ich, ähm, dreimal in Person getroffen, in Berlin, im Westingrand, ja. Also das ist so ein bisschen dein, muss man dazu sagen, für die, die die Geschichte noch nicht gelesen haben, das ist so ein bisschen dein, dein Kronzeuge, anhand dessen du denen, äh, die Geschichte erzählst. Oh, ähm, genau, das ist die Person, die erwähnt wird. Ja. In diesem Text stecken, ähm, zwei Dutzend, äh, lange aufgenommene oder geschriebene Interviews drin, ja. Ähm, ich hab über, äh, über, äh, also neun Monate hat die Recherche zeitmäßig gedauert, ich würde mal sagen, vollzeitmäßig, ähm, sechs Monate Recherche, ähm, Austausch mit diversen, ähm, Redakteuren, die das alles, ähm, ähm, kritisch gegengelesen haben. Also da steht zwar mein Name drüber und es sieht so aus, als wären da, weil das halt der Schreibstil des literarischen Langform-Journalismus ist, sieht's, es liest sich so, als wären da wenige Quellen drin. Das, äh, Doc an meine Fact-Checking, äh, Abteilung hier, ähm, hat alleine 140 Quellen, ähm, und dann noch die zwei Dutzend Interviews, ja, ähm, da freue ich mich eigentlich, äh, freue ich mich eigentlich auf, auf die Kritik und das Ding ist ja auch in Ungarn jetzt hochgegangen, ähm, also da wird drüber diskutiert, in Ungarn hat die Oppositionspartei, äh, angekündigt, Fidesz zu verklagen, ähm, und, ähm, ja. Aber sag doch mal ganz kurz zum Fact-Checking, weil das war nach Relotius ja auch in der Debatte, ob das Fact-Checking speziell beim Spiegel ausreichend ist, ob da nicht, sagen wir mal, die Autoren auch zumindest Telefonnummern liefern müssten ihrer Interviewpartner damit, die mal anrufen, ob diese Interviews überhaupt stattgefunden haben. Wie hat denn diese Relotius-Geschichte euer Fact-Checking verändert? Also, ich kann jetzt mal einen kleinen Unterschied von mir zu Relotius sagen, ähm, im Gegensatz zu den meisten Relotius-Texten habe ich von Anfang an immer versucht, meine Texte international zu verbreiten, ja, das heißt, zu übersetzen zu lassen, weil viele von meinen Texten spielen irgendwie im Ausland, ich habe zum Beispiel mal Richard Branson besucht auf seiner Insel, kann ja irgendwie keiner nachprüfen, zum Glück habe ich irgendwie auf Flickr 150 Fotos drüber gepostet und habe das Teil dann auf Englisch veröffentlicht und die Leute haben mich dann zum Teil befriended und zum Teil angepisst, die da in dem Text aufgetaucht sind. Das kann man bei mir komplett sehen und Fact-Checking, ich hätte super gerne so eine riesen Dock-Abteilung und so einen riesen Rechtsapparat, wie der Spiegel hat. Ich glaube, beim Klaas Relotius war das einfach der Fall, der war so wahnsinnig charmant, ja, und so ein cooler Typ, ja, den haben die Leute sozusagen gefressen und einfach vertraut. Und das große Glück ist bei mir, ich bin wahnsinnig unscharmant und gar nicht so beliebt, ja, und jeder versucht, das ganz furchtbar gegenzuprüfen und alles auseinanderzunehmen. Und als damals die ganze wirklich fehlerhafte Kritik an meinem Cambridge Analytica-Text so durch die Medien gewandert ist und fehlerhafte Ideen, wie zum Beispiel, dass diese Firma im UK gar keine Rolle gespielt hätte oder besser gesagt gar nicht dort gearbeitet hätte, was Eigenpropaganda war von Cambridge Analytica. Als das dann einfach so durch die angeblichen Qualitätsmedien lief, ja, hat bei uns hier das Haus gewackelt, ja. Und so ein Riesenhaus wie Spiegel, dass das jetzt mal so eine Art Selbstreinigungs- und Überprüfungsprozess hat, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde das eigentlich ganz schön und ich glaube, wir haben hier in der Schweiz und in Deutschland haben wir wirklich, ich habe jetzt vier Monate in den USA gelebt, haben wir wirklich super, super gute Medien, ja. Das ist ganz gut, wenn die sich manchmal nicht zu sehr auf die Schultern klopfen und erschrecken und das hat überall, ja, hat es ausgelöst, dass die Leute jetzt mehr nachgucken. Und als ich mal für die New Republic gearbeitet habe, die haben dann einen Text von mir übersetzt aus dem Magazin über Info-Informationskrieg in Estland 2007, da haben die genau das gemacht, da haben die genau, die haben sogar, die haben alle meine Bänder, ich nehme immer Gespräche auf, ja, haben alle meine Bänder durchgehört und dann gab es ein Quote, wo sie gesagt haben, hey, wir haben das nicht auf der Aufnahme gefunden, ja. Und plötzlich ruft mich aus Estland eine von meinen Quellen an, ja, und sagt, hey, bei mir haben die Amerikaner angerufen, ja, und ich musste denen erklären, dass wir das in einem Telefonat nachher so zusammengefasst haben, ja. Also ich habe genau solche Checkungen schon durchgemacht, ja, auch bestanden. Und ich finde es total gut, wenn die Doc-Abteilung die Nummern bekommt von Interviewpartnern und es ist halt ein super, super heikles Thema, gerade in so Investigativsachen. Diese Leute, die man da spricht und trifft, die sind nicht so einfach erreichbar. Und die wollen auch wahrscheinlich von gar niemand anderem kontaktiert werden, als in diesem einen Fall. Ey, ich meine, ich habe vom ersten Treffen an, ja, mit, mit, äh, Burnbaum, ich habe den im Prinzip sechs Monate lang bearbeitet und beackert wie ein Stier. Das hat zum Teil zwei Monate gedauert, bis der mir wieder geantwortet hat. Der wollte auf gar keinen Fall darüber sprechen. Der wollte nur nachher eine Sache klar machen und das war mein Argument, warum ich meinen Kronzeugen sozusagen zum Sprechen gebracht habe auch. Ich habe gesagt, George, eines Tages wird es rauskommen, was ihr in Ungarn gemacht habt, in Israel und in Ungarn selber ist es ja schon bekannt, mehr oder minder. Und wenn es dann so richtig rauskommt, wie willst du dich denn gegen diesen schrecklichen Vorwurf verteidigen? Vielleicht fragen sie dich nicht mal, dass das Ganze eine eigentlich antisemitische Kampagne gewesen sei. Und dass du sie mit ausgelöst hast. Und mein Angebot an ihn war, wenn du mir erzählst, wie das ablief, dann feature ich dafür deine besten Argumente, warum du findest, es sei nicht antisemitisch, was du da gemacht hast. Und solche, solche Situationen sind die Situationen von, von investigativen, äh, Reportern. Also man hat monatelange Arbeit, ja. Man, man muss diese Leute, kommen sie mal an so jemanden ran. Ich kriege gerade Anrufe von großen Medien aus den USA, die versuchen, George Birnbaum zu erreichen. Dessen Adresse ist verschwunden von der Firmenseite. Ähm, diese Leute, die sind auch Profis in sich verstecken. Und, ähm, das ist wirklich lange Arbeit. Also, keine Ahnung. Vielen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Hannes Grasegger vom Schweizer Magazin Das Magazin. Wir haben mit ihm gesprochen über Fake News, Negative Campaigning und wie moderner Journalismus darauf reagieren kann. Vielen Dank, Hannes, dass du Zeit für uns hattest. Danke euch. Wir haben ja in der Lage häufig zumindest den Verdacht geäußert, dass, ähm, Polizeibehörden, äh, Ermittler in Deutschland auf dem rechten Auge blind sind. Und da hat's, äh, Feedback gegeben. Ja, also ich hatte, muss sagen, diesen Verdacht würde ich gar nicht äußern, sondern ich, das finde ich, das finde ich krass. Das ist ein Faktum. Nicht, nö. Ähm, ähm, wir haben das zum einen zitiert und zum anderen auch nicht blind, sondern, ähm, geht es darum, dass es einfach so einen gewissen Drall gibt, ne? Also insbesondere am Beispiel Sachsen, denke ich, kann man das sehr schön festmachen, dass da einfach mit, ähm, mit Linken ganz anders umgegangen wird, als mit Menschen, die den Hitlergruß zeigen. Aber gut, ähm, hier konkret ging es jetzt um unseren Beitrag von der Lage live in Halsstadt. Ähm, da hatten wir ja berichtet von diesem Schüler, 20 Jahre alt ist ja, glaube ich, ähm, der irgendwie, äh, knapp tausend Politiker im Internet mit, äh, personenbezogenen Daten irgendwie diskreditiert hat. Die einen schlimmer, die anderen weniger schlimm. Äh, interessant war dabei ja, dass die AfD nicht betroffen war und es gab auch sonst eine ganze Reihe von Anhaltspunkten dafür, dass, äh, der junge Mann rechtsmotiviert sein könnte, sympathisant sein könnte von irgendwie rechten bis rechtsradikalen Kreisen. Ähm, und deswegen hatten wir nur am Ende des Beitrags kurz darauf hingewiesen, dass manche Leute darauf hinweisen, mal wieder ein Beispiel dafür, ähm, dass, äh, eben manche Polizeibehörden auf dem rechten Auge nicht ganz so genau hinsehen. Und da bekamen wir jetzt ein Feedback, äh, das wir euch nicht vorenthalten wollen, weil ich das ganz spannend fand. Da schreibt uns jemand, äh, Instagram. Auf Instagram, genau. Ich höre schon seit einiger Zeit die Lage und muss jetzt mal was loswerden. Vorab, ich bin Beamtin beim BKA und die neueste Folge von euch hat mich dazu bewegt, euch zu schreiben. Dann kommt ein bisschen freundliches Lob, nämlich, ich fand es toll, wie ihr in der Lage auf das Thema der Frankfurter Polizisten, bekannt als NSU 2.0, eingegangen seid, ähm, ja, Polizisten angesprochen und gefragt, was sie dazu denken und es versucht nachzuvollziehen. Umso enttäuschter war ich, als ich in eurer neuesten Folge der Lage, das BKA als auf dem rechten Auge nicht so scharfsinnig abgestempelt wurde. Ich bin mir sehr sicher, dass das BKA die politische Motivation in der Handlung des Hackers ausführlich untersucht hat. Ihr müsst euch mal überlegen, was genau für eine Straftat im Bereich der politisch motivierten Kriminalität dem Hacker vorgeworfen werden kann und vor allem, wie der Tatverdacht begründet werden soll und wie er die Anwälte überleben soll. Und das fand ich nämlich auch sehr, sehr schön und das ist der Punkt, weswegen mir dieses Feedback wichtig ist. Ich weiß aufgrund meines Studiums, dass innerhalb des BKA sehr darauf geachtet wird, uns Anwärter von der rechten Mentalität abzubringen. Wir hatten Vorlesungen über interkulturelle Kompetenz und Co. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass eine rechtsgeprägte Einstellung ein absolutes No-Go ist. Aber im Podcast hören viele Menschen zu, denen ihr ein solches Bild von unserer Behörde gebt. Sie findet das sehr schade, denn sie weiß, dass das BKA einen solchen Ruf loswerden möchte und da, deswegen gerade möchte ich das gerne nochmal aufgreifen. Ich finde das super. Das finde ich ausgesprochen positiv, wenn eine Polizeibehörde sich hier ganz bewusst dieses Problem, dieses Problems bewusst ist und sich diesem Problem auch stellt und versucht in der Ausbildung der Beamtinnen und Beamten dagegen zu steuern. Finde ich super. Genau. Und ja, ich würde auch nicht so weit gehen zu sagen, die sind generell auf dem rechten Auge blind oder gucken nicht so genau. Das war eher ein Zitat in diesem Kontext. Konkret in dem Fall kenne ich wie immer die Akten nicht. Schwierig zu sagen. Ich fand es allerdings kaum nachvollziehbar, diesen Aspekt völlig unter den Tisch fallen zu lassen, dass der eben bestimmte politische Kreise aus seinem Doxing komplett ausgenommen hat. Also für mich stinkt das zum Himmel, aber klar, wir kennen den Fall letztlich auch nur aus der Presse. Das war es für diese Woche. Die Lage ist ausführlich und abschließend beurteilt, wie ihr das nicht anders kennt und erwartet. Wir sagen danke fürs Zuhören. Checkt die Newsletter. lagenation.org slash Newsletter. Genau. Folgt uns auf Instagram, lagenation, Twitter, lagenation. Und ja, danke fürs Zuhören, für eure Geduld, für die Unterstützung. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.